so moin leute heute spielen wir das allererste mal foundation und ich habe keine ahnung von dem game das nur in den steam charts gesehen und fand es sehr 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 interessant und wollte das unbedingt mal spielen okay hier fehlt irgendwas spiel starten direkt rein ich würde sagen ich mache immer so eine stunden folgen und dann geht es beim nächsten mal weiter also einführung willkommen zur foundation hilfe das wissen dieser seiten macht euch vertraut mit den grundelementen des spiels okay euer erstes gebiet um den bau eurer siedlung zu beginnen müsst ihr zuerst euer startgebiet auswählen jedes startgebiet verfügt über die wichtigsten ressourcen für die urwahrmachung des landes später werdet ihr euer territorium durch kauf weitere vergrößern können okay habt ihr startgebiet ausgewählt ist es zeit euer dorfzentrum zu platzieren dieses wird als lagerplatz für eure ersten ressourcen dienen bis sie über passende lager möglichkeiten verfügt das dorfzentrum findet ihr im gebäudefenster gebäude werden von dorfbewohnern gebaut hierfür müsst ihr zuerst eine bauwerkstatt erstellen sobald die bauwerkstatt platziert wurde könnt ihr arbeiter einstellen und mit dem bau eures bescheidenen dorfes fortfahren öffnet das baumenü und sucht ein gebäude aus das mache ich arbeiter zuweisen es gibt verschiedene wege arbeiter gebäuden und arbeitsplätze zuzuweisen ihr könnt einwohner direkt einem gebäude zuordnen wenn dieses freie arbeit moin nico ich bin gerade im tutorial ihr könnt einwohner direkt einem gebäude zuordnen wenn dieses freie arbeitsplätze aufweist alternativ könnt ihr einem einwohner einen beruf zuweisen indem ihr auf ihn klickt zeichenwerkzeug das zeichenwerkzeug dient dazu verschiedene zonen festzulegen beispielsweise abbau gebiete für ressourcen oder wohngebiete wenn ihr fortschreitet neue gebäude freischaltet erhaltet ihr auch die möglichkeit neue zonen aufzuzeichnen das buch aufgabenfenster ist auch klar da wo ich meine aufgaben mache ok leute wir gehen jetzt hier nicht alles durch ist wir machen ein bisschen berlin durch das würde ich sagen nico dass das mein freund ist ein aufbau simulator und hier aber ich muss erst mal klacken mit der steuerung hier ok ok verstehe dass eine aufbau simulator wie siedler zum beispiel habe ich das jetzt hier schon gekauft scheiße ich hatte schon gekauft ok macht nichts das dorfzentrum das dorfzentrum ich würde sagen es kommt genau in die bitte oder bauen bauen abgeschlossen baut bauhütte ok bauhütte manchmal hier hin bauen ok die ist direkt fertig schalte neun gebäude frei sehr gut jetzt habe ich neun gebäude ja nico ich finde das auch ziemlich geil guck gerne mehr zu dann kannst hier schon ein bisschen was lernen und ich glaube dass man am ende relativ so im late game auch kämpfen wird das werden wir dann sehen ein baumeister zuweisen hier kann man ein zuweisen habe ich gemacht ich habe sieben arbeitslose ok habe ich gemacht ein baumeister zuweisen abgeschlossen platziert ein holzförderlager ok speicher holzförderlager und soweit ich weiß heißt der rote ring der rote ring heißt dass da die leute nicht wohnen wollen deswegen machen wir das schön weit außen bei den ganzen bäumen hier unten ja bauen also nico also dass ich habe mir schon ein bisschen was davon eben angeschaut und so wie es aussieht ist es das geile hier dass deine einwohner haben jobs und dein geld generierst du dadurch dass diese einwohner essen kaufen häuser bauen irgendwelche klamotten kaufen und so und dadurch generierst du immer weiter geld und umso größer dein dorf wird und deine einwohner umso mehr geld bekommst umso größer wirst du auch im groben glaube ich so jetzt braucht ihr das hier ein bisschen vorspulen mit plus kurz auf drei bis er das fertig hat fertig ja wieder auf eins einen neuen holzförderlager zuweisen machen wir machen wir am besten direkt drei stück und jetzt muss ich doch auch das abbaugebiet machen oder abbaugebiet abbauen ich will das hier also erstmal sollen alle bäume weg die gehen mir übel um den piss können alle bäume kannst du alles weg fällen ich will keine bäume bäume alle weg bäume können alle weg so zack viel spaß du brauchst nicht googeln bleib hier dann erfährst du alles bleib hier dann wirst du schlauer produziert bären ähm sammlerhütte denke ich mal auf steuerung kann ich das so drehen dann würde ich sagen mache ich das auch direkt neben die bären oder ja direkt neben die bären zack bauen machen wir kurz wieder schneller obwohl was ist denn wenn ich mehr von den bauleuten habe wenn ich hier noch ein ich habe ja genug arbeitslose wenn ich hier zwei rein mache arbeiten die dann auch schneller und guck mal der hat hier schon hat der im baum gefällt was ist das masi billia level 1 baumeister hat sich gerade ein ey die haben hunger und dorst gibt es hier sowas wie ein wasser hier ein brunnen äh brunnen warte mal kurz ganz kurz bauhütte ja würde ich sagen wenn die da arbeitet mache ich das wasser ding hier so schön mittig wenn da jeder hin will und da jeder hin kann oder da so hin warum ich habe ja zwei ach guck mal hier entstehen auch so wege das ist ja geil ok ohoana ist der baustelle zugewiesen sehr gut ohoana komm mal kurz ein bisschen in die heizung hinter so wenn das fertig ist dann packen wir da direkt leute rein sammler abfahrt ne ne es ist nicht fantasy zeug ist ganz normal wie wie siedler so zum aufbauen so produziert bären habe ich gemacht mal das nur zu vermeiden müssen wir eine grundlage mit sicher scheinen bären habe ich habe ich ja wir können zusammen lost ark spielen digga lost ark wäre doch geil zu zweit das ist doch voll fantasy äh guck mal sag mal kurz passt das so mit dem ton ja ne ist bisschen hintergrundmusik ressourcen einlagern lasst uns diese bären einlagern um sie besser erreichbar zu machen baut speicher 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 dann würde ich sagen machen wir direkt hier so neben ne bauen das sieht schon gut aus ne wie die da die sachen sammeln bei dir sehr leise dann liegt es aber an dir ich habe hier alles auf anschlag so jetzt holen die hier und der baut hier stein habe ich stein ich habe gar keinen stein der kann das ja gar nicht bauen wo kriegt der denn jetzt stein her bären stoff holz werkzeug ich brauche stein steinbruch muss ich erstmal bauen leute steinbruch bauen das muss zuerst gemacht werden priorisieren priorisieren ist auch abbaugebiet gut ich schwu mal ein bisschen vor kann nichts passieren ich habe ich habe mich direkt hier so kann eigentlich nicht sein so jetzt ich habe auch mal zwei das sollte erstmal reichen also bären läuft schon mal ich habe 28 das oh was ist das tagessaldo minus 17 ressourcen einlagern dafür brauche ich erstmal einen steinbruch ich habe keinen stein vielleicht mache ich noch einen baumeister aber zwei reichen ich habe ja nur zwei sachen zu bauen gerade jetzt gibt es ja noch so steinbruch holzfällerlager ein forsthaus aber ich habe noch so viele bäume brauche ich nichts forsten sägewerk sammlerhütte die habe ich ja da gebaut brunnen habe ich auch schon der ist doch fertig oder da habe ich doch hier schön in wald gepackt dorfzentrum wo ist mein brunnen brunnen fehlt auch stein ok ja stein kommt gleich gleich kommt stein boah kann man weit raus stein kommt gleich wenn er hier fertig ist aber schon fertig zack Leute rein ey ich habe doch arbeitslose oder ich habe keine arbeitslose mehr hier einer raus ein baumeister raus ey ein baumeister raus du raus ja das würde ich sogar lassen wir machen hier ein baumeister äh hier ein bergarbeiter rein ok ein baumeister reicht ich brauche jetzt hier steine los klopp steine go 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 kommst du? da kommt sie mit der picke jetzt werden hier steine gekloppt sehr gut gut ich brauche fünf stück und dann kommt hier erstmal der speicher obwohl ne erstmal der brunnen das ist wichtiger die haben alle Durst erstmal der brunnen rückblickend hätte ich den nicht so in den Wald machen sollen der wird priorisiert fünf ich habe ein ja ja es kommt jetzt sobald ich hier nochmal einen arbeitslosen habe komm bau den brunnen minus zwei ist auch super Holz habe ich auch sehr viel wie kann ich denn hier lagern die dita dita ach schon voll deswegen kann er schon nichts mehr machen dann mache ich daneben gleich ein sägewerk dann wird das ja weniger ne nehm ich mal an der ist fertig wenn der brunnen fertig ist dann kommt das hier Speicher fürs essen ey ist auch schon voll jetzt haben wir nichts zu tun dann kann ich hier einen rausnehmen kann man nämlich hier einen kurzzeitig raus und pack den hier rein dann geht das ein bisschen flotter mit den Steinen ich bin jetzt hier die ganze Zeit auf mal zwei ich kann ja eigentlich mal drei gehen jetzt am Anfang passiert da nichts oder gibt es noch mehr als mal drei ne die kloppen jetzt hier schön dann kriege ich die Steine für den für den brunnen und dann machen wir hier das Lager ein bisschen Stein ein bisschen Stein fehlt noch ein Holzfäller hier drin ach ich habe ja drei Holzfäller drin das brauche ich hier gar nicht raus raus wo ist denn jetzt hier Stein Reiter da so viele vielleicht leicht nicht aber nehmen wir die Däta wieder raus packen die dafür hier direkt wieder als Sammler rein damit es gleich direkt wieder los geht okay jetzt haben wir genug Stein Brunnen sollte gleich fertig sein Brunnen ist fast fertig das kriegt der eine Baumeister auch hin oder Brunnen komm baldig schön und endlich Wasser direkt in der Mitte des Gebiets perfekt und jetzt hier brauchst du hier den den Speicher bitte sehr gut ich kann jetzt schon mal überlegen nach dem Speicher brauche ich Marktplatz Marktplatz safe und der Marktplatz kommt auch in die Mitte würde ich sagen Marktplatz hier so schön hier so schön neben das Dorfzentrum da hin bauen schon mal ein bisschen ich weiß nicht ob das ob ich das überhaupt als nächstes machen muss ich habe ja hier die Aufträge aber aber ich denke mal schon und dann ist der 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 Bauarbeiter hier nicht arbeitslos dann hat der direkt was zu tun wenn der Speicher fertig ist dann kann das direkt da rein komm weiter wo ist der komm hier stehen sogar diese Pakete ich muss sagen das Spiel ist echt gut gemacht das ist echt schön gemacht vor allem was man hier noch alles kaufen kann das ist jetzt mein kleines Gebiet am Anfang ich würde sagen als nächstes gehe ich auf jeden Fall zum Wasser hin weil da kann ich bestimmt rausfahren irgendwie oh was ist das denn hier ach Fische dann kann man hier bestimmt auch angeln und so das wäre schon mal gut hier ist nochmal Stein ja ja ich glaube ich gehe erstmal nach unten zum Wasser auf jeden Fall so ist der Speicher jetzt hier fertig fast ein Paket noch fertig so Träger rein ich habe keinen arbeitslosen raus Dieter du musst hier rein du musst hier du musst jetzt hier schleppen tut mir leid du musst schleppen und zwar Beeren da müssen Beeren rein erfüllt die Bedürfnisse eurer Neuankömmlinge hinzugefült erfüllt die Bedürfnisse unsere Einwohner sind durstig und hungrig lasst uns ihnen geben was hier zum Übrigen okay den Brunnen habe ich ja schon gemacht und den Marktplatz auch einen neuen Markthändler zuweisen nehmen wir hier einen Stein äh Fritzen raus raus da und den packen wir in den Markt guck mal guck mal der steht auch schon rein da und du kannst Beeren verkaufen so und dann können die nämlich hier Beeren kaufen so habe ich das auch verstanden also alle meine Leute hier die kaufen sich dann hier Beeren die ich hier erarbeite und dadurch kriege ich Kohle steigert eure Bevölkerung indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwanderung maximiert erhöht die Zufriedenheit eures Dorfes auf 100 was habe ich 50 Nahrung fehlt ja die kriegen die ja jetzt hier Nahrung kriegen die jetzt hier da müssen Beeren halt hin 50 zack jetzt könnt ihr direkt einkaufen geht euch Beeren holen holt euch die Beeren ab einer verkauft eine Beere gibt 9 das ist gut 9 für eine Beere 27 direkt 3 Stück viel Fraß sehr gut holt euch alle Beeren Beeren im Angebot was gibt es bei Erfolg kann ich nicht sehen komm zwei noch oder einer noch hol dir die Beeren einer noch Beeren Beeren sehr schön sehr gut Einwanderung maximiert abgeschlossen freut mich Maximum hoch hoch Wohnfläche niedrig Wohnfläche die müssen auch irgendwo wohnen stimmt Aufforstung Wohnungsland Abbau mhm 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 ich habe keine Aufträge ok dann mache ich jetzt auf jeden Fall das was ich machen wollte das mit den Brettern hier ein Sägewerk hier kommt ein Sägewerk hin zack let's go Holz und Steine haben wir genug eine Holzhülle reicht auch aktuell Steine reichen auch zwei aktuell was das ich bin euer bescheidener Diener befördert den ersten Neuankömmling ein schwertes Lagerhaus hinzugefügt baut Herrenhaus fü Dorfkirche Herrenhaus wo machen wir das hin das kommt hier oben schön für sich alleine hat hier mit dem mit dem Fußvolk nix zu tun der Lord jetzt habe ich hier die ganzen Bäume ich sehe leider nicht so viel ich würde sagen wenn ich das hier so hin mache so hier ist so das Zentrum mache ich das da hin Hauptgebäude schön in die Mitte nun wenn die Teile fehlen was ist das hier Tür eine Tür Tür können wir da auch mal ein bisschen was sehen ich sehe nichts Tür was können wir noch machen da ist so ein Zeichen dran was heißt denn dieses Zeichen Steine und ne das machen wir nicht wir machen das jetzt erstmal so Abfahrt ok 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 Entsperrt Lagerhaus befördert einen ersten Neuankömmling zu weisen der Funktion große Halle zu einem Raum in der wir Herrenhaus befördert einen Dorfmonat zum Leibeigen am Anfang des Monats Ah ok wir haben jetzt Woche 3 Tag 1 dann wird wahrscheinlich nach Woche 4 neuer Monat sein richtig was haben wir hier Wohngebiet so ok Rot heißt wahrscheinlich schlecht wo wollt ihr denn bauen ich würde mal sagen direkt so neben dem Herrenhaus würde ja Sinn machen ich würde so das Herrenhaus machen dann mache ich hier die Kirche hin dann wäre ja so rundherum eigentlich ganz schick würde ich sagen dürft ihr erstmal hier überall bauen hier und hier auch und hier mache ich dann die Kirche hin dann mache ich das auch grün aber ich will nicht jetzt hier schon das Zug bauen so da dürft ihr bauen das muss ich noch machen ok jetzt muss ich warten bis sie das da fertig gebaut haben bretter fehlen ja ok guck mal das habe ich jetzt hier schon gemacht das kommt gleich ich habe auch ich habe sogar zwei Arbeitslose die können da direkt rein noch Paket 2 fehlt wo ist der Kollege wo ist der wo ist der muss doch das Holz ist doch hier ist doch ist doch Holz immer das Holz von hier komm bleibst du denn machst du gerade Pause oder was also der Baumeister den schmeiße ich gleich raus komm heut noch oh der hat ja Bäume gefällt ja Platz sehr gut da habe ich dann noch einen ich brauche die gleich für das Sägewerk nehme ich einen auf jeden Fall Steine läuft auch gut 50 von 50 sammeln eins nur Sammlereien ach weil ich alles hier drin habe ne 40 86 insgesamt lassen wir erstmal so würde ich sagen weil Essen doch auf jeden Fall wichtig Zufriedenheit Komfort und Gottesdienst Gottesdienst da muss ich ja eine Kirche bauen ne ja habe ich ja gesagt was macht was macht der direkt also die ne das geht nicht direkt vor unserer Hütte ich brauche jetzt hier mal kurz die Kirche bevor dann noch jemand hinbaut aber das weiß ich ja nicht ob das sein muss ach guck mal da ist auch so ein Radius ach guck mal da ist auch so ein Radius da mache ich das schön weit in die Mitte da ist der Marktplatz da mache ich direkt hinter der Markt die Kirche zack ne Tür rein zack Glockenturm Glockenturm hinten bauen Sägewerk gebaut Leute rein einen hatte ich das muss jetzt schneller gehen einen oder drin ich nehme einen von Steine weg weil Steine bin ich voll und pack den hier mit rein ja die Sammler die sammeln gut da gibt es gut Essen monatlicher Report kann ich jetzt hier befördern ach erst wenn ich Herrenhaus fertig habe ja das dauert noch das kriegen die nicht so schnell hin ich warte jetzt auf Bretter ich habe jetzt 6 ey du das gefällt mir hier gar nicht du musst mal du musst leider weg also das ist mir zu nah das habe ich hier wir haben hier Wohngebiet also direkt auf dem Herrenhaus ist auch nicht gut also so könnt ihr das machen und hier baue ich gerade die Kirche also so mal ich mache das hier erstmal weg so ihr könnt ihr hier so hin bauen hier so rum finde ich ganz schön so schön rum ums Herrenhaus wenn die Kirche steht dann könnt ihr auch hier unten noch ja da habe ich einen Fehler gemacht aber macht nichts baut euch einfach ein neues Herrenhaus bitte zuerst Masibilia nee geh bitte erst hier hin Masibilia Tag 5 das wird nichts mehr mit befördern ich habe zwei Arbeitslose dann kann ich dann noch einen Bauarbeiter nehmen und noch eine Säge ein Zimmermann obwohl jetzt läuft es gerade es läuft dann nehmen wir noch einen Holzfäller das fehlt ja Gottesdienst der kommt gleich der kommt gleich guck mal jetzt jetzt geht es hier ab 7 Steine 14 Bretter ich habe noch 6 das schaffst du komm Williswinder Abfahrt hinten wird gut gesammelt Speicher ist alles gut Steine ist gut einer reicht da erstmal Holz 20 ja das läuft gut sehr gut sehr gut was ist das denn hier ein Buch ah hier kann ich alle sehen und auch ob die ein Haus haben verstehe verstehe ja lagern ja ok euch beide habe ich glaube ich eben rausgeschmissen bau dir doch bitte ein Haus kannst hier ein neues Haus bauen ich habe doch hier ich habe doch hier Wohngebiet öh hier war doch eben noch ein Haus haben wir das abgebaut baut ihr doch bitte hier ein Haus Hausrang Hausdichte ah dann passen dann mehr Leute rein ich verstehe und dann könnt ihr da mit rein dann könnt ihr da wohnen hier ist gleich fertig ja schön im Wald mein Herrenhaus schön versteckt oh die ist am die ist da auch am hämmern fertig nichts zu berichten was muss ich jetzt hier tun Stückliste Hauptgebäude große Halle den Prunk Prunk ok befürcht das mache ich gleich wieder nächsten Monat zahlt Arbeiterschaft Einfluss mit Lager aus dem Buch vor uns freischalten zahlt Arbeiterschaft Einfluss im Buch im Buch Handel Handelsrufe freischalten ok Ressourcen und hier kann ich kaufen und verkaufen kaufen bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat das brauche ich im Wasser brauche ich nicht Bären nicht Holzbretter brauche ich alles nicht Werkzeuge brauche ich habe ich gesehen da hätte ich gerne mindestens 15 und ja das ist doch erstmal gut wieder plus zwei Dorfbewohner Ah Lagerhaus Vogtbüro Aha was das Prunk und Einfluss Boah das ist aber auch ein bisschen kompliziert muss ich sagen Leute also da habe ich jetzt noch nicht so ganz durchgeblickt ich mache das jetzt erstmal müssen wir uns nochmal ein bisschen mehr beschäftigen Errichtet eure erste Handelsroute hinzugefügt Werkzeuge sind schwer zu beschaffen lassen wir uns anfordern ja baut Lagerhaus baut Lagerhaus Lagerhaus gehen wir nochmal ein bisschen hier raus es hat einen roten Kreis also weg vom Herrenhaus das habe ich schon gelernt hier rum gehört das ist glaube ich egal mal schön neben das Sägewerk zack bauen oh ich habe zwei Arbeitslose die können Holz hacken und Steine hacken beides hacken 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 so jetzt hatte ich hier irgendwas mit Vogtbüro und große Halle was bringt mir das hier ok verstehe ich nicht große Halle boah mein Geld ist auch fast voll ok ok jetzt bauen wir hier das das Lager und gleich ist auch der Monat vorbei dann kann ich befördern das mache ich dann weiß Werkzeuge den baut Lagerhaus ok 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 was ist das hier Territorium dieses Gebiet kaufen erweitern jetzt kann ich hier Gebiete kaufen jetzt kann ich hier schon Gebiete kaufen welches wollte ich denn habe ich hier irgendwas ne hier also hier wäre ich ganz knapp an den Bären dran ja ich ich warte mal noch ich warte mal noch was was ist jetzt hier ein Bote bindet mit einem Audienz da ist er da ist er was soll ich machen liefere 30 Bären zum Königreich Kleros Arbeiterschaft das habe ich doch hier gesehen Kleros Arbeiterschaft ja erstmal Arbeiterschaft oder das klingt gut das klingt gut liefere 30 Bären Abfahrt hatte ich doch oder ja hatte genug befördert den ersten Neuerkömmling das kann ich gleich machen weist Werkzeuge eurem Lagerhaus zu habe ich hier schon Bauarbeiter ich habe zwei Arbeitslose rein da Werkzeuge Werkzeuge rein so und wie kaufe ich jetzt Werkzeuge macht er das schon automatisch weil ich hier gesagt habe Handel ich habe immer noch null ich habe immer noch null dauert wahrscheinlich ein bisschen aber wenn ich hier 400 einlagern kann dann kann ich auch mehr kaufen oder dann kann ich doch bestimmt auch 40 kaufen ich weiß nicht wie teuer das ist was kostet denn ein Werkzeug stimmt das nicht hier irgendwo mit diesen Handelsrouten Handelsrouten Werkzeug kostet 20 mal 40 mehr mehr 8 oh ich mache nicht 40 das ist ja viel zu viel ich mache höchstens mal 20 das ist ja so ein Schweine teuer kann ich auch was verkaufen Bretter brauche kann ich doch verkaufen oder alles über warte kauft ihr überhaupt Bretter ja für 5 nur Bären geben 4 ja dann Bären ne 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 das machen wir nicht wir machen Bären verkaufen alles über 50 kann weg weg jetzt hat er guck mal er hat es gerade gekauft wieder einen Arbeitslosen kann hier rein ne einer reicht einer reicht einer reicht wo ich jetzt noch einen brauche ist Bauhütte ich baue ja gerade gar nichts aber wenn ich mal was baue Zimmermann wir haben 50 Bretter Bretter kann ich hier einlagern Bretter einlagern und Holz und Stein zack gut Stein 28 ist aber komm pack mal ein noch mit rein hier habe ich guck mal Fisch Honig und Wein hier habe ich ja 3 drin das ist gut so die Kirche die baut und hier konnte ich nichts mehr machen ok haben wir denn noch bevor den ersten ok das kommt ja gleich ich habe es verpasst glaube ich ups aber wir sind ja hier alles gut alles gut Gottesdienst kommt gleich Gottesdienst kommt gleich mal Markt haben wir auch was das hier ein Zelt ich habe ja Stoff mach ich mal ja Bären 44 das sollte reichen 17 Leute naja so du bist Segelwerk hol dir doch Holz hol dir doch Holz und doch ihr Holz 9 nur wie viel Holzfälle habe ich denn gerade 3 das muss reichen das muss jetzt erstmal reichen noch irgendwas was ich hier bauen kann neues Marktplatz Hagerhaus Hagerhaus die Speicherbaute die Speicherbaute ah guck mal die Kirche ist fertig noch mal eine neue Tür holzerweiterung holzerweiterung ok 20 ich habe ja schon 18 oh schon wieder 2 Arbeitslose ähm ja dann doch ach jetzt sind wir schon bei 50 ich brauche mehr Arbeit ich mache noch einen Holzfäller ich mache noch einen Holzfäller tatsächlich na aber kriege ich den hier hingequetscht ne direkt so neben die Kirche ist natürlich doch doof bau nochmal so ein Holzding dann geht das Holz hier weg und dann muss ich mal jetzt auch langsam mal am Forster bauen das Holz wird jetzt langsam weniger nochmal hier eine kleine so bisschen Holz da Forst Haus guck mal das kann ich überall hin bauen das ist nicht böse jetzt machen wir den Forster am besten so genau in der Mitte von den Bombs wo er aufforsten soll bauen Aufforstung machst du machst du hier hier um dich rum ja Abbau haben wir ja können überall abbauen ist kein Problem Wohngebiet können wir nämlich jetzt auch hier vergrößern können wir nämlich hier dürft ihr jetzt auch nicht direkt weil vielleicht muss ich da nochmal anbauen ne ne so ein bisschen Platz drum rum lassen und Kirche kann ich ja nach rechts und nach hinten machen ne könnt ihr hier schön drum rum sehr gut sehr gut das gefällt mir so ist die Bauhütte jetzt die fertig zack drei Leute rein drei Leute drin noch einer rein Lager ist gut gefüllt bretter 100 verkaufen bretter stückzahl verkaufen alles über 50 kann weg bräunig steine alles über 50 verkaufen bären verkaufe ich schon werkzeuge kaufe ich sowas gut so jetzt will ich gleich will ich hier befördern amerelli sorry ich habe es jetzt erst gesehen ich hoffe du bist noch da grüß dich wie geht es dir grüß dich amerelli habe ich gar nicht ich war hier gerade so vertieft schönen Abend findest du dir ich dachte du musst abends mal arbeiten das ist schon Feierabend oh bist krank was hast du denn ich hoffe nichts arg schlimmes okay dann frage ich gar nicht erst weiter ja dann hoffe ich dass bei dir alles gut ist und dann genieße ein bisschen den Stream dann hast du jetzt auch mal ein langes Wochenende ein sehr langes Wochenende gestern und vorgestern oder überhaupt jetzt die Woche hast du ja der Mario 64 100% Stream verpasst ja das ich kann dir sagen das war eine Arbeit vor allem Regenbogenraserer ich bin also innerlich bin ich ein paar Jahre älter geworden glaube ich kommt wieder ein Bote ja ja äh falls du den Rest noch sehen willst ich habe alles auf YouTube schon hochgeladen ist eigentlich ganz geil geworden und am Ende auch eine Compilation von all meinen Toden in Regenbogen rasere ich es war so schrecklich da mit den 100 Münzen Beeren Beeren habe ich und wieder schön obwohl ich guck mal was brauche ich denn jetzt habe ich hier 10 fehlt mir noch was ab Prunk ich nehme mal Königreich König Beeren ach ich muss die Beeren doch Beeren ach die sind alle beim Händler ne Stopp Stopp nicht mehr Beeren verkaufen aufhören Beeren zu verkaufen Beeren Stopp Beeren Beeren sammeln oh ich habe 60 Tage Zeit das wird easy ja schön ich hoffe du hast mich auch auf YouTube abonniert da kommt ja jetzt einiges und Sonntag hoffe ich dass du dabei bist damit ich jemanden zum zum Sprechen habe weil Sonntag ab 10 Uhr geht es los mit dem Zelda Marathon 12, 13, 14 Stunden Zelda Ocarina of Time 100% ich hoffe dass ich Sonntag schon bis so zum zweiten, dritten obwohl 12 Stunden das ist so lang eigentlich müsste ich das Main Game in 12 Stunden easy durchbekommen und dann anfangen mit dem ganzen sammeln das müsste eigentlich machbar sein so jetzt hier befördern darf ich nicht vergessen gemeiner ne alle hier zack Abfahrt ok sehr gut ich freue mich also auf Sonntag habe ich richtig Bock das wird richtig richtig spaßig Waren, Nahrung ne das lassen wir erstmal da muss ich hier erstmal lernen forderlich gemacht sehr gut haben wir schon die Beeren 13 komm sammelt mal mehr Beeren ach guck mal ich musste das hier bauen ups 48 Beeren ich baue noch ne Beerenhütte einfach Bäckerei Weizen Windmühle ich baue erstmal noch einen Bäcker und dann noch einen Beeren sammler bauen und ich habe auch 4 Arbeitslose die können dann direkt da rein ich mach mal hier auf nur mal 2 gerade so 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 jetzt da stand irgendwas mit Weizen ey langsam ich habe hier keinen Platz mehr wo soll denn noch ein ganzes Weizenfeld hin Weizenfarm was gibt es hier Eisenschmelze und Schmiede ich habe gar kein Eisen Kühlerei ok Steinmetz Steinmetz den kann ich auf jeden Fall schon mal bauen direkt neben meine Stein äh Fabrik bauen Steinmetz ist gut zur Hälfte voll läuft gut Zimmermann hat kein Holz wieso hat der kein Holz Forst habe ich vergessen rein zu packen scheiße Forst mal auf hier ja ja ich kann mein Gebiet auch vergrößern ähm könnte ich eigentlich mal machen ich habe mich noch nicht damit befasst was ich denn kaufen will guck mal ich kaufe das und dann habe ich ganz viel Holz Habe ich das gar kein Geld gekostet 500 Münzen ok und jetzt kann ich hier richtig schön auch noch Holz in der Zeit mir holen also hast du gut aufgepasst Anorelli siehste und deswegen bist du hier im Stream zack und deswegen habe ich hier auch die Holz hab ich schon schlau gemacht ohne dass ich es ohne dass ich es wusste deswegen sind hier auch meine Holzfäller können die direkt hier weiter fällen Bären wie viele Bären habe ich denn jetzt hier kann der hier mal bauen ich habe da schon zwei Baumeister ich mache noch einen Baumeister rein muss mal ein bisschen schneller jetzt hier gehen ja ja erstmal Gekko schönen Abend schön dass du da bist und ja man kann auch den Wald wieder aufforsten ich habe hier so ein hier habe ich einen Forsterer gebaut und der hat hier auch so ein Gebiet bekommen mit der Aufforstung hier und hier macht er jetzt neue Bäume hin und dann kann ich die auch wieder abbauen das kann ich auch gleich mal vergrößern hier rüber kann ich da schön Bäume platzieren und abbauen ja so weil hier sind meine Bäume langsam alle weg das passt ja super so der ist fertig Leute rein, wie viele habe ich? drei Stück rein meine Bären ich will das hier schaffen ich brauche mehr Bären Leute sammelt Bären wie verrückt weißt du was fehlt euch? Komfort Gottesdienst ach scheiße stimmt hier passen 20 Reihen und ich habe 25 ok wie kriege ich das größer? bauen bestimmt ne? Baum Grösse 5 Raum Grösse 5 kostbar ist 10 und 5 Abfahrt bauen dann mache ich direkt noch eins auf Vorrat Abfahrt Abfahrt so ja so ist das schon mal schön das ist schon mal schön hier kann ich gleich noch schön Sachen drumrum bauen das passt so hier ist was neues ein Turm Stein und Bretter die habe ich Abfahrt ja machen wir hier einen Turm hin bauen ich habe auch schon wieder so viel Geld was gibt es denn hier noch neues? ein Holztor ein Holztor ein Holztor bauen Holztor weiß zwar noch nicht wofür aber Holztor eine Schafstatue ok Zierstrauch und Zaun ach guck mal dann kann ich hier Zaun bauen mhm könnte ich um mein Herrenhaus quasi einen Zaun ziehen ist ja immer gut zu wissen so jetzt wo war das mit der Weizenfarm ja das mache ich mal in einer ruhigen Minute glaube ich mit dem Zaun ich weiß mal gar nicht was kostet denn das ich wusste gar nicht dass man einen Zaun auch bauen kann der kostet halt auch Werkzeug ne der kostet halt auch Werkzeug ne ein so ein Ding ein so ein Ding kostet 5 Gold ein Werkzeug ein Bratz ach nö nö das brauche ich nicht das lassen wir erstmal mit dem Zaun so 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 wie sieht es im Lager aus 260 ja da ist Übelzerwucher ein Brett Bären wie sieht es mit den Bären aus 37 kann ich es jetzt machen ja das haben wir das haben wir jetzt habe ich auch wieder richtig Kohle und damit baue ich jetzt meine Weizenfarm hier unten kommt eine riesige Weizenfarm hin oder Franchot ist jetzt Steinmetz und die Steinblöcke können dann hier rein weil dann brauche ich hier keinen Steine einlagern können da direkt Steinblöcke rein ich warte mal bis das weg ist 100 100 Bretter so viele Bretter Bretter verkaufen wir doch bis auf 50 Stein können wir aufhören zu verkaufen wir verkaufen nämlich dann Steinblöcke für 6 Steinblöcke verkaufen bis 50 hier kann weg so Lärmzeuge kaufen wir Mehlwonig Eisenherz Eisenglas bla 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 dann fange ich jetzt an mit der Weizenfarm also ich glaube dass also man kann also hier gibt es eine Mauer und sowas und ich habe auch bevor ich das Spiel gestartet habe habe ich gesehen dass da auch so Soldaten und sowas gibt also ich glaube schon dass man hier auch kämpfen kann ich weiß zwar nicht mit wem und wieso aber ich glaube das geht ja so wo ist die Weizenfarm hier ist die Weizenfarm hier die Beine hier Weizenfarm okay bauen wie viele passen jetzt hier rein 30 und wie viele sind wir 26 komm dann baue ich direkt nochmal was rein mit für Puffer bauen ja sieht gut aus sieht alles gut aus jetzt kann ich hier neues bauen interessant kann man Banner machen zack Banner bauen was ist noch ein Brunnen brauche ich erstmal diese Steindinger oh ich habe zwei Bewohner ihr könnt jetzt gleich direkt in die Weizenfarm ja sieht gut aus so und als nächstes braucht man da noch eine Mühle Bretter und Steine da habe ich beides und hier die Mühle hin bauen und in den Speicher kann dann Mehl Mehl zack sehr gut wenn er fertig ist oh ich sehe gleich ich kann gleich wieder befördern das mache ich direkt direkt wieder befördern komm wald dich mal Williswinder und dann noch die Bäckerei oh ist sie groß die Bäckerei kommt schön hier vorne hin hier ist das Plätzchen für die Bäckerei so und wie kann ich jetzt ein Feld machen gar nicht irgendwie ein Mönch ein Mönch aha das ist auch witzig ne die Namen da ran kann hallo ich will weg von dem ich will weg von dem komm mach mal hin brauche ich noch einen Bauarbeiter geht das dann schneller ich habe doch schon drei Baumeister komm mach mal mach mal ein bisschen mach mal ein bisschen Dampf oh Beförderungen ähm ich habe minus 135 was habe ich gemacht Unterhalt ok ich habe voll viel gekauft ey verkauf doch mal was ich habe immer noch so viele Bretter wieso verkauft der nicht alles über 50 verkaufen verkauf doch mal Bretter hier hier für fünf verkauf doch mal Bretter ja ach guck mal da habe ich direkt wieder Kohle bekommen ich weiß nicht wieso aber ich äh bin wieder flüssig ein Mönch ja was willst du denn 50 Bretter 50 Bretter ja die habe ich ja Bretter habe ich ohne Ende was brauche ich denn was brauche ich denn hier ich gehe mal auf Arbeiterschaft Arbeiterschaft Bretter weg hat mir wenigstens mal einen Sinn ich habe so viel Holz Bretter hat mal schneller hier ähm drei Zimmer Leute ist auch viel ne ich habe vier Arbeitslose komm jetzt baue ich ja mal die Weizenfarm ich frage mich auch wo die immer herkommen also guck mal hier ist ja dieser lange Weg und dann geht es hier so lang hier längs und hier lang und da und da also hier ist der Ende also irgendwo kommen die her keine Ahnung oh da ist mein Dorf einfach vorbei gefahren ja ich bin sehr zufrieden ja die kommen aus dem Nichts also ich denke mal die werden von irgendeinem anderen Wohnort kommen weil es gibt hier irgendwie verschiedene also hier gibt es Arbeiterschaft Königreich und sowas und dann gibt es hier Northbury Middle und Davenport keine Ahnung so ich habe hier eben hier das kann ich Steinmauer Holzpalisade Hölzerner Wehrturm Dorfkirche zusätzliche Gebäudeteile geil Fischerhütte Hecke Skulptur Fischerhütte bin ich schon am Wasser ja Fischerhütte die will ich ähm so rum oder andersrum so rum ne macht ja Sinn machen wir hier eine Fischerhütte bauen kostet nur Holz easy und dann können hier auch Fische rein Fisch und der Markt kann dann auch Fisch anbieten Möchte ich da noch einen Markt bauen oder wie geht das ich habe da immer nur eine Sache dann brauche ich noch einen Markt für Fisch Mist brauche ich noch einen Markt direkt neben der Kirche dann kommen die raus können direkt einen Fisch kaufen hier hier gibt es den guten Fisch so ist jetzt endlich mal die Weizenfarm fertig endlich ja drei Leute Abfahrt Erntefeld einzeichnen so das Erntefeld kommt hier hin so so brauchen die dann auch wieder ein Abbaugebiet das sie jetzt ernten dürfen Abbau ihr dürft das auch abbauen dann gerne so äh ja also ja ich glaube verschiedene Bäume sind auch verschieden schnell keine Ahnung also es geht ne die fällen das halt schon der ist ja noch gar nicht ausgewachsen hier aber ja es geht ganz gut so und hier ist ja noch Backup und wenn ich hier ich könnte auch einfach neue Gebiete kaufen jetzt wenn ich mir das Gebiet hier kaufen würde ich habe zwar gerade kein Geld aber da sind ja voll viele hier so ach guck mal hier kann ich jetzt habe ich zwei und hier kann ich dann den Fisch reinpacken dann kommt da noch ein Zelt drüber zack wir brauchen jetzt mal ein bisschen Kohle Stein Stein Blöcke kann der bitte mal was verkaufen Ressourcen Ressourcen 100 Routen Beretter möchte kaufen er verkauft ihm das doch alles über 50 Stein Blöcke und das ok Stein Blöcke habe ich noch keine 50 das kann ich auch nicht verkaufen Bären kann ich immer ein bisschen verkaufen Fisch wird ja bald starten wenn ich hier dann einen drin habe wenn das gebaut wurde kann ich da einen reinpacken dann können wir auch Fisch verkaufen 3 Arbeitslose ey ich brauche was die machen können wieso ist denn die Bäckerei schon fertig das ist doch dumm ich habe die nach der Mühle gebaut und ich habe noch gar kein Mehl man 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 komm ein Bäcker rein und zwei Müller rein ey das ist ja voll dumm und hier ist die Bäckerei macht ja gar keinen Sinn baut baut Hölzerne Wehrturm ich habe kein Geld für einen Hölzerne Wehrturm sorry was kostet denn kostet der was und wo soll ich den hinpacken bietet dem Dorfschutz gut packen wir den mal zu meinem zu meinem Tor ey läuft doch super hier es läuft alles super 100 ich habe keine 100 machen wir hier im Wehrturm hin für 100 Ocken kann ich mal gar nicht bauen ja 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 ist ganz groß das stimmt ich hoffe der kann was Hölzerne Wehrturm ich brauche doch mal mehr Geld das kann doch nicht sein ja man also ich habe eben gesehen wenn ich hier was so ein Turm oder so baue ich kann den auch hochziehen also man kann ja auch ein bisschen Aesthetics machen aber also ehrlich wofür das sieht ja so schon ganz schön aus also muss ich jetzt nicht hier bauen die 50 hätte ich sparen sollen so was ist denn jetzt hier mit dem Brot habe ich schon Brot nein Müll hat ihr hier wir haben noch gar keine Weizen das Feld das läuft hier noch jetzt ist hier am Weg durch für den scheiß Fischer durch mein Feld hat der einen schönen Arbeitsweg ernte gut wir haben Weizen es kommen Weizen rein hol dir das Weizen zwei Arbeitslose rein und warte man kann doch hier irgendwo bestimmt gucken wo ich noch was frei habe oder so Fischerhütte okay die ist noch nicht gebaut Lebensmittelstand da muss ich auch einen hinpacken ich hatte eh noch keinen Fisch deswegen egal ein Speichertyp ist okay okay dann brauche ich gleich einen für den Fischer was hier ach wir sind bei 34 wie passen die Kirche 35 da muss ich schon wieder was bauen ich komme auch nicht auf den grünen Zweig hier gibt es hier auch was größeres hier Steinerweiterung plus 10 was haben wir hier hinten ach das kostet gar kein Gold rein rein baue ich sogar noch was wenn das kein Gold kostet immer rein damit das sind aber viel Platz weg ne ne ich nehme lieber das hier nochmal das ist schön klein ach so und bauen Stein habe ich genug so geht es jetzt hier mal ab der Müller hat 6 Mehl Bäcker hat Wasser hat schon Brot gemacht sehr schön kann ich jetzt hier Brot verkaufen nicht wahr nicht Fisch sondern Brot Abfahrt kriegst du noch ein schönes Dach damit ich weiß dass es hier um Brot geht ey geht das nicht will auch nicht er will kein Zelt will auch nicht ey wieso geht das nicht hey wieso geht das nicht kein Stoff so holz hoff ich 100 ich habe 200 Abfahrt bauen der wird lange dauern so läuft doch der Bäcker der backt und zwar kein Mehl mehr hier ist noch ein Mehl 14 Mehl 14 Mehl noch und können hier auch Brot rein zack schon wieder 4 Arbeitslose setzt sich wohin mit den ganzen Arbeitslosen ich fülle mal auf Fischer der kann rein nehmen einen Träger mehr und speicher einen Träger mehr und in den Steinbruch noch einen rein so was ich hier noch brauche Steinmetz habe ich ja Kühlerei stellt ein Kohle aus Holz her wo brauche ich denn Kohle Eisen und Kohle zu Eisenerz Werkzeug aus Kohle und Eisen Aha Aha da fällt mir ein hier habe ich eigentlich irgendwie einen Vogt ... ... ... ... ... ... ... ... grips ... Ich bauche glaube ich noch einen Tor vier Holzturm also der andere Seite auch noch ein Holzturm ein Bote bittet um Audienz. Was willst du? Fisch. Ich hole ja gerade Fisch. Was brauche ich denn? König. König brauche ich. Ich werde dem König helfen. Sobald ich Fisch habe, kann ich auch schon mal auf Vorrat 2 Fischer bauen. Ja, Fischerhütte. Boah, ich trägt noch eine. Zack. Bauen. So. Es läuft doch. Brot, Fisch, alles drin. Fisch wird noch nicht verkauft. Kann ich gleich direkt dem Königreich bringen. Ja. Ich komme in den Fischwaren. Ey, das ist so kompliziert. Ich muss glaube ich auch mal einspielen. Ich bin ja hier nur. Ich kann auch nicht mal kurz ein bisschen chillen. Ist ja alles so schnell. Ich brauche mal ein bisschen hier, um was zu verstehen. Baut Hölzer im Beerturm. Ja, der ist ja gleich fertig. So. Kirche. Läuft. 55. Habe ich Platz. Da habe ich jetzt erstmal Platz. Ich habe 38 Leute. Da habe ich Platz. Dass hier noch ein paar Bäume sind, das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Könnt ihr die mal wegroden? Wie sieht es hier aus? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja. Ja, ich fand die Beschreibung und dass es gerade runtergesetzt war bei Steam ganz interessant. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ein super Spiel für einen Stream. Weißt du? Das streamen nicht so viele Leute in Deutschland und ich fand das ganz spannend. Ich mag so Aufbausimulatoren. Ja. So. Fand ich eigentlich ganz geil. Komfort. Okay, dann bau dir halt ein Haus. Ich brauche mehr Leibeigene. Merge ich gerade. Wird hier mit dem Geld nichts. Der Marktplatz gibt nicht genug Kohle. Guck mal, ich habe hier so viel Essen, aber will niemand haben. Ich muss gleich mehr Leibeigene machen. Boah, ich habe so viel Holz. Ich komme nicht mehr hinterher hier. Muss man ein bisschen schneller arbeiten. Stein und so ist gut. Jetzt sind wir schon bei 10 Fisch. Sobald ich 30 habe, kann ich verkaufen. Brot 110. Ist aber auch gut gewesen. Das sieht gut aus hier. Sie ist gleich fertig. Ah ja, gefällt mir. Sehr gut. So, jetzt habe ich hier auch mal ein bisschen Zeit, um mal ein bisschen zu chillen. Boah. So. So, her hinaus. Bist du schon fertig? Nee, fast. Weil ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Man braucht ein Vogtbüro. Und mit dem Vogt kann man richtig gute Sachen machen. Und den habe ich jetzt die ganze Zeit vergessen zu machen. Der braucht ein Büro. Und dann kann man hier so einen Vogt zuweisen, der für einen gute Sachen macht. Lagerplatz voll. Ah, hier ja. Stein. Habe ich doch eingelagert. Ist auch voll. Stein verkaufen. Ach Stein will niemand. Alle Steindinger verkaufen. Alles weg. Es muss weg. Hier. Steinblöcke bis ich gar nichts mehr habe. Eins. Alles weg. Steinblöcke müssen weg. Der muss arbeiten da. Z. 5 Kohlen. Stoff kaufen. Stoff. 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 10, bitte. Z. superviseden heating. Stoff. Ich kann hier keinen Stoff kaufen. Ich krieg keinen Stoff. Wie krieg ich Stoff? Ich kann das Ding nicht bauen. Da hab ich natürlich nicht aufgepasst. Nee. Nee. Das ganze Herrenhaus ist weg. Ich hab das ganze Herrenhaus gelöscht. Ich hab das. Komm, Willis Winder. Du bist mein Superbauarbeiter. Bau das wieder auf. Na, muss ich da was mal hin? Holzerweiterung. Rein. Turm. Rein. Kacke, Alter. Jo, jo, jo. Bis gleich. Daher lösche ich einfach. Ich seh grad, ich hab genug Fisch. Abfahrt. Hier, Gold bekommen. Das ist gut. Der Wehrturm ist auch gleich fertig. Soldat. Aha. Aha. Kacke. Bau ist, Bau ist, Bau ist, Bau ist. Bau ist schneller. Ich hab gleich schön viel Gold, um zu befördern. Ein Soldaten. Wir haben Soldaten. Das Herrenhaus ist fast fertig. Komm. Sehr gut. Hauptgebäude. Hauptgebäude. Große Halle. Schatzkammer. Vogtbüro. Vogt zuweisen. Zack. Ja, ja, hier. Mineralvorkommen. Abfahrt. Machen direkt noch einen Turm. Abfahrt. Hab ich kurz den Schock bekommen, ey. War das Ding gelöscht. Aber sonst läuft's ja gut. Brot. So, jetzt können wir Fisch verkaufen. Der verkauft ja Brot. Ähm. Oh. Ich hab da gar keinen Händler hinzugefügt. Da muss ich mal ganz schnell. Ähm. Einen abziehen. Ich brauch grad keine drei Baumeister. Schnell Level 4 und Level 5. Ne, den muss ich lassen. Oh. Förster auch. Hier. Träger Level 2 raus. Hier rein. So, jetzt kann ich gleich schön befördern. Komm. Drei Tage noch. Zwei Tage noch. Wird richtig schön befördert. Ja, die Beeren sind jetzt gerade leer, ne? Okay. Können wir hier mal... Welche Level sind die? Vier? Drei. Ich lass das erstmal so. Hier rausgebaut. Schön. Hochbüro. Turm. Schatz, komm mal. Ein Tag noch. Komm. So. Alle. Befördern. So, was brauchen wir? Waren, Nahrung, Komfort. Frieden. Nahrung. Mal kaufen. Wir machen mal zwei, wir machen mal vier Stück. So, dann müssen wir mal gucken. Was brauchen wir? Wasser Nahrung. Waren, Komfort, Gottesdienst. Haben wir. Waren. Schneiderei, Beberei, Schäferei. Okay, dann habe ich hierher was zu tun. Die mache ich hier hin. Die kommt schön hier hin. Die Schäferei bauen. Weberei, Schneiderei. Schneiderei. Und... Ah ne, Weberei. Das hier ist die Schneiderei. Kommt hier hin. Sehr gut. Sehr gut, wenn ihr mal ein bisschen was verkaufen könntet. Der Brot kann ich doch verkaufen jetzt hier. Ich kann aber Brot verkaufen. Wir wollen die Brot kaufen. Will der Brot? Kauft. Kein Brot. Hier, Brot freischalten. Möchte kaufen. Kleidung. Fisch. Der kauft Fisch. Okay, dann kann ich Fisch verkaufen immerhin. Plus ein Bewohner. Du wirst gleich zugewiesen. Will niemand Brot kaufen? Die wollen Brot. Dafür brauche ich erstmal Kleidung. Brot wollen die nicht. Was wollen die denn? Fisch, ne? Ja, Fisch. Kann ich verkaufen. Weil es über 20 kann weg. Bretter. Ich habe so viel Bretter. Steinblöcke will ich alle verkaufen. Die will niemand haben. Kann man Wasser verkaufen? Will der irgendjemand Wasser kaufen? Ne, schade. Sehr aber witzig. Gut. Beförderung. Ich habe eigentlich kein Geld mehr. Die wird jetzt hier noch gebaut. So, dann habe ich hier einen Arbeitslosen und du wirst jetzt hier erstmal zugewiesen. Geht es hier? Fischer. Rein da. Bergarbeiter. Tu mir, du bist nur Level 2. Du kannst erstmal raus. Dich werde ich gleich brauchen. Lagerplatz voll. 4, 3, 3. Ja. Ich will niemand diese scheiß Bretter kaufen. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Holz und Bretter. Ich brauche noch einen Lagerplatz. Sonst wird das hier nichts. Ich muss noch einen Lagerplatz bauen. Noch ein Lagerhaus. Noch ein Lagerhaus. Kostet 50. Brote. Was willst du? Brot. Easy. Ist brauche ich. Ich mache mal. Ich mache mal Klerus. Klerus. Äh. Abfahrt. Bauen. Und jetzt kann ich die Dings hier hinten machen. Die Schneiderei. Äh. Schneiderei, wo warst du? Käserei, Milchhof. Oh mein Gott. So viel zu tun. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mal jetzt. Kühlerei, Schneiderei. Wo warst du? Hä? Ach so. Ist eine Schneiderei. Aha. Du kommst dann hier hinter. Zack. Baum. Und. Du bist da dann eingelagert. Ja, das geht noch. Ich merke gerade, der hat einen ganz schön langen Arbeitsweg, wenn der da hinten wohnt. Oh, nicht so gut. Ich bin nicht am verzweifeln. Ich bin gerade echt, ähm. Am gucken, wie ich das hier mache. Weil langsam wird das administrativ ganz schön schwierig. Weil alles so riesig ist, weißt du? Wohngebiet. Äh. Ja, schlechtes Wetter. Okay. Ich muss hier das gleich kaufen. Und da dann mehr Leute, dass ich da bauen kann. So, bist du fertig? So. Ein paar Schafe züchten. Und Schäfer zuweisen. Ich kriege diese scheiß Bretter nicht verkauft. Das nervt mich so. Ja, Schneiderei, das dauert noch. Musst ja hier mal ein bisschen gedulden. Ich mach mal hier auf mal zwei. Bären sind wieder am Start. Es will halt, ja, Mann. 198 Brots. Ich mach mal noch einen Marktplatz. Marktplatz. Schon mal für Waren. Kann hier hin. Bauen. Und dann bräuchte ich noch einen für Brood. Brood. Zack. Bauen. Dann bräuchte ich hier mal langsam wieder Arbeitslose. 40, das kommt klar, ne? Vielleicht 50, gut. Aber sieht doch schon ganz gut aus, so. Komm, ein paar Schäfchen. Wem schneidet ihr die Haare? Okay. Ja, ich hab 200 Brot. Hier passen nur 100 Brot. Also Mehl brauche ich nicht hier rein machen, hier mal ich Brot rein abfahre. Mehl ist ja sofort weg. So. Gleich ist die Wehberei fertig. Ich hab keine Arbeitslose. Dann muss ich mal kurz gucken, wo ich welche abziehen kann. Brauche ich drei Baumeister. Level 4er. Raus. Das Lagerhaus hat keinen Träger. Scheiße, muss auch einer rein. Ein Träger reicht. Raus da. Zwei Wehber brauche ich. Ich brauche neue Leute. Also ich brauche aktuell nicht so viel Holz. Komm. Da kann, da kann einer raus. Und dann kann hier, können hier zwei Wehber rein. Ich brauche keine zwei. Geh raus da. Stein habe ich auch so viel. Aber warum ist das nicht mal drin? So. Hier habe ich ja zwei Leute drin. Jetzt brauche ich hier noch einen Schneider und ich habe keinen. Ich habe keine Soldaten. Andere sind schon so ein Gold verloren. Ja gut. Ich habe einen. Ich habe einen Soldaten. Ja, der Rekrut. Abfahrt. Ja, ich habe einen. Da habe ich da reingesteckt, weil ich so dachte, ja gut, habe ich halt einen. Ich brauche, ich brauche Arbeitslose, Mann. Hey, Kacke. Jetzt muss ich hier nochmal einen abziehen. Noch einen Holzfäller raus. Die müssen gleich alle wieder rein. Holzfäller raus. Schneider rein. So, und da muss ich ja die Kleidung irgendwo lagern. Und hier Kleidung rein. Ja, Kleidung kommt da rein. Mache ich hier rein noch noch mehr Steinblöcke und noch mehr Bretter. und Haushaltswaren. Aber jetzt noch nicht. Gucke ich mal. So. Marktplatz. Ich habe einen Arbeitslosen rein da. Du verkaufst Fisch. Wo ist denn der mit den Waren? Da. Da ist doch einer drin. Der verkauft Kleidung. Sobald ich welche habe. Gut. Nee, die kommen immer hier. Wenn ihr dafür sorgt, dass alle Dorfbewohner einen Arbeitsplatz erhalten und Zugang zu einem Arbeitsplatz haben, wird dies sowohl eurer Wirtschaft als auch der Einwanderung zugutekommen. Oh, nee. Hier. Einwanderung. Niedrig. Wohnfläche niedrig. Ich brauche mehr Wohnfläche. Ihr habt doch Wohngebiet ohne Ende. Was kostet das Gebiet hier hinter? 500. Ich habe 500. Und das? Oh, 500. Null Bewohner. Ja. Mache ich jetzt auch. Ich habe das jetzt gekauft und baller das voll mit Wohngebiet. Hier. Baut hier eure Wohnungen. Zierbaum. Fünf Gold. Ich glaube, das bringt was. Schafstatue. Sobald ich 100 habe. So, aber Komfort. Also, Dings müsst ihr doch jetzt hier kaufen können. Ich müsste doch jetzt gleich Kleidung haben. Ja, ich habe Kleidung. Könnt Kleidung kaufen. Komfort, Wasser, Nahrung, Komfortmangel. Was heißt denn Komfortmangel? Ihr habt doch jetzt Kleidung. Riecht das nicht? Ja. 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 Erfolgswahrscheinlichkeit. Unmöglich. Weil ich nur einen entsandt habe. Ups. Einfluss. Wo brauche ich denn Einfluss? Das hier ist Einfluss. Arbeiterschaft. Abwarte. Gewöhnliche Kleidung. Eine verkauft. Das ist ja nicht so viel. Brot und Beeren. Du hast Fisch. Oh, du verkaufst gut Fisch. Oh, jetzt haben wir schlechtes Wetter. Höherer Ertrag von Fisch. Okay. Handelsbonus. Ah, unzureichende Behausung stand da. Ja, ich glaube denen ist das hier nicht attraktiv genug. Aber hier ist doch übel attraktiv. Noch grüner geht es doch nicht. Genau zwischen Kirche und Herrenhaus. Hier, Statue bauen. Bauen. Und dann baue ich noch ein paar Bäumchen. Wegweiser. Bringt auch was. Bauen, nur Holz. Holz habe ich eh genug. Kann ich unendlich bauen. Noch ein Bäumchen. Ne, ähm. Die Häuser verbessern die automatisch, äh, wenn die, ähm, wenn es hier schön genug ist. Also das machen die alles automatisch. Das ist ja das Gute. Ich muss eigentlich, was so, was die Leute angeht, muss ich nichts machen. Das machen die alles alleine. Ich kümmere mich nur darum, dass ich das, die Möglichkeit, zur Verfügung stelle. Aber ansonsten muss ich eigentlich nichts machen. Das finde ich auch so spannend an dem Spiel. Also diese ganze Arbeit und von A nach B laufen, sich neue Häuser bauen und abbauen und aufbauen und alles mögliche. Du gibst denen so grobe, so grobe Richtlinien und dann machen die alles alleine. Du musst halt nur gucken, dass auch alles immer irgendwie so läuft, sag ich mal. Zwei neue Arbeitslose. Perfekt. Jetzt können die direkt eingesetzt werden. Wo ich die eben rausgeholt habe. So, ich will. Ich will wieder Holzfäller. Eigentlich habe ich so viel Holz. Ich brauche keine Holzfäller. Stein habe ich auch übel viel. Aber ihr müsst, ihr müsst irgendwo hin. Hier Holzfäller. Abfahrt. Ja. Das, genau. Das meine ich auch. Also das, das nervt mich dann auch. Hier guck, hier baut ihr gerade ein Haus. Wohnhaus. Die bauen das einfach selber. Hausrang und Hausdichte. Guck, jetzt sieht das doch anders aus. So sah ich vorher aus. Mit so einem gelben Strohdach. Für die, ähm, Leibeigenen. Und das hier ist für die Bewohner. Weil, das kann ich auch mal zeigen. So wie ich das verstehe. Hier hat jeder Dorfbewohner einen eigenen, guck mal hier, einen Rang. Dann gibt es, es gibt am Anfang, gibt es die, ähm, Neuankömmlinge, die gerade neu dazugekommen sind. Dann kannst du die befördern. Die werden dann zu Leibeigener. Und dann kannst du die nochmal befördern. Dann werden die zu gemeiner, schrägstrich, ähm, gewöhnlicher. Weil der hier ist unzufrieden, weil, weil er keinen Komfort hat. Und das ist, weil er sein Haus nicht ausbauen kann. Hug Dietrich. Ja, der hat nämlich gar kein Haus. Deswegen hat er auch keinen Komfort. Und die beiden haben auch kein Haus, die Dummköpfe. Die müssen sich ein Haus bauen. Vielleicht kann ich ja hier den Hug Dietrich und den anderen reinpacken, weißt du? Ähm, wer war das denn? Hug Dietrich, Ken Barra und Masibilia. So, jetzt können die, sollen die da rein. Und die anderen sollen sich ein neues. Guck hier, bauen die auch schon wieder ein Haus. Das lüppt. Geht schon. Guck mal, jetzt haben die ganz viele Häuser hier auch gebaut. Das, das läuft. Ich habe so viel Brot, es ist unglaublich. Ich habe 300 Brot. Ich habe doch jetzt Stoff. Wie viel Stoff habe ich? 750. Dann kann ich jetzt hier schön wieder ein Ding bauen. Ein Dach. Zack. Bauen. Und du auch. Jetzt wird ja alles nass hier. Bauen. Und hier hat da auch irgendwas gefehlt. Kann ich doch jetzt auch ein Banner machen. Banner. Bauen. 70. 70 für einen Banner. So teuer. So teuer. Ich habe einen neuen Bewohner. Den packen wir. Holzfäller. Zack. Ein Mönch bittet um Audience. Was willst du? Werkzeuge. Habe ich noch. Ja gut. 15. Arbeiter schafft. Und wenn der Vogt zurück ist, dann werde ich mal versuchen, Eisen zu bekommen. Da bauen die doch ein verdammt normales Haus. Hier. Ist das dein Haus? Ja, bau dir ein Haus, dann geht es dir gut. Statue, Skulptur fehlt. Verst du... obviously. Das ist das dein Haus. Ha l entender. Die. Da? Wie baue ich denn diese Statue? Schneiderei, Weberei, Schäferei. Kann ich mir das erst noch freischalten? Aha, keine Ahnung, was sieht es denn hier gerade aus mit dem Wohngebiet? Ich muss das hier noch ein bisschen grüner hinbekommen, ein bisschen Zierde machen. Ein bisschen schöner machen hier mein Dorf. Ja, kriegt auch noch ein Bäumchen, kriegt hier noch ein Sträuchchen, noch ein Baum, zack. Ja, also hier fehlt irgendwie Sculptur, also ich weiß nicht wo man die baut, ich habe ja gerade geguckt, also es gibt eine Goldschmiede, die kann Goldbarren herstellen und es gibt eine Juwelierwerkstatt, die stellt Schmuck her, aber das ist es ja nicht. Bei Essen kann es ja auch nicht sein, also Ressourcen auch nicht. Ich glaube, das muss ich erst noch freischalten, deswegen kann ich das nicht. Man schaltet da immer mehr bei Steinmetz, ich habe ja ein Steinmetz, gucken wir mal. Steinmetz, das könnte sein, wo ist der denn? Steinmetzhütte. Ne, der kann, der macht nur Steinblöcke. Ne, die machen nix. Ich glaube, das muss ich erst freischalten, das Ding, damit er das machen kann. Indem ich 20 Bürgerliche habe und das hier freischalte. Da fehlt mir noch Prunk. Hier, ne. Ne. Taverne. Ja, ich bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Wie baue ich das Ding? Schneiderei. Die kann ich ja eh noch nicht. Ich brauche noch einen Burger. Ich brauche überhaupt einen Burger. Ey, hier sieht es ganz schlecht aus. Man, Komfortmangel. Wo wohnst du denn? Mitten im Wald. Ist klar, dass du da keinen Komfort hast. Wir haben Arbeitslosen. Guck mal, wo packen wir dich denn hin? Das ist wieder Holzfäller. Zack. Ey, ich habe 300 Brot und 250 Bretter. Wieso wird das nicht verkauft? Die scheiß Bretter. Handelsroute freischalten. Brot verkaufen. Brot, Brot, Brot. Alles über 50 verkaufen. Weg. Bretter kann auch alles weg. Ich habe 250 Bretter. Alles verkaufen. Was machst du denn? Händler. Ja, handel mit mir. Du willst nur 20 Bretter. Du musst mehr kaufen. Ey. Ich muss hier noch mehr Bretter einlagern. Wird sonst nichts. Soll ich mit so vielen Brettern? Wie werde ich die Bretter los, wenn der nur so wenig kaufen will? Ich verstehe das nicht. Ich mache auf jeden Fall erstmal meine Holzfäller weg, glaube ich. Und die Forsterei, das ist mir auch zu viel hier. Das ist zu viel geforstet. Die Aufforstung hier, das brauche ich alles nicht. Ich habe so viel Holz. Das ist unglaublich. Ich habe so viel Holz. Hier kannst du aufforsten. Das reicht. Das reicht. Ganz ehrlich, das reicht. Abbauen. Hier. Ich könnte das ganze Holz hier noch abholen. Holt euch das Holz. Ich fühle mir da zwei Arbeitslose. Aber ich kann gleich auch befördern und dann kann ich was Neues bauen. Ich habe auch so viel Stein. Ich habe nur einen Steinmetz. Vielleicht würde es Sinn machen, noch einen Steinmetz zu bauen. Weil der kommt nicht hinterher. Ich baue noch einen Steinmetz. Da Steinmetz. Baum. Und dann kann er noch mehr Steine bauen. Verbauen. In einem Tag kann ich befördern. Ich habe richtig viel Kohle. Komm. Ein Tag noch. Komm. Da kommt vor. Müsstet ihr euch mal ein bisschen selber. Ich habe so viele Bäume hier gebaut. Wohngebiet. Komm. ist alles jetzt übel grün hier müsst ihr euch einfach mal ein häuschen bauen so befördern sortieren nach beruf gut und die würden zu bürger werden noch mal einen höher und die brauchen richtig luxus komfortmangel minus 100 machst du minus 100 was ist los mit dir du wohnst doch schon im guten haus ich glaube das kommt jetzt alles so nach und nach dass es hier wieder hoch geht wo wohnst du denn du baust hier gerade ein haus sehr gut das dauert anscheinend alles so ein bisschen ich kann befördern auf jeden fall müsst euch halt ein paar häuschen bauen fünf arbeitslose ach du kacke ja ja das ist halt so ich denke mal wenn man da so sich ein bisschen reingefuchst hat dann geht das schon besser auf jeden fall fassbinderei ich würde sagen ich mache jetzt brauerei brauche weizen hopfen und wasser dann mache ich hopfen bauen und eine brauerei wo war die brauerei hier wo die macht rot die mache ich ganz weit weg boah habe ich viel kohle was passiert da ja es ist auch so umso mehr die du die leute beförderst umso mehr müssen die kaufen um ihre ihre bedürfnisse zu decken so und kann ich jetzt hier ein stein netz irgendwie also so ein stein ding bauen so ein stein typen schmiede ich verstehe das nicht skulptur stein ich check das nicht wo ich diese dickens bauen kann ein boote nähert sich dem dorf ich habe drei arbeitslose sie müssen jetzt sie müssen arbeiten stein metz abfahrt ich mache noch einen träger rein und noch einen träger rein zwei mal zwei ist gut was willst du fisch ich habe 50 fisch was brauche ich klerus 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 vogt mineral von kong bitte fisch weg macht doch fisch ich habe hier null Bist du gerade keinen Fisch mehr verkaufen? Danke. Ich brauche Fisch. Fisch ist aus. Du verkaufst jetzt auch Brot. 20 Fisch. Abfahrt. Du kannst Fisch mehr verkaufen. Schon wieder zwei Arbeitslose. Schneiderei. Geht nur einer. Schäferei. Brauerei. Wo ist meine Hopfenfarm? Die kommt hier. Wo könntet ihr hin? Ich bin ausgebucht. Müsst ihr warten bis die Hopfenfarm fertig ist. Müssen aber hier was reinbauen glaube ich langsam. Bei 50. Stein. Abfahrt. Ach komm das macht es auch noch mal schöner. Das ist doch gut. Stein. Habe ich habe ich. Abfahrt. Baum. Können wir noch einen Baumeister rein machen damit das schneller geht. So Hopfenfarm. Mach mal hinne. Steinblöcke. Habe ich. Gerade nur 12 aber kommt gleich. Hier habe ich 100 Stein eingelagert und hier Bretter Bretter Steinblöcke. Ja Komfort ist echt gerade nur so Probleme. Ich habe schon wieder an Arbeit. Ja komm. Hopfenfarm beeil dich. Ey ich bin voll mit meinem Geld. Sag doch was. Mein Geld ist voll. Ich mache hier mal noch ein bisschen was dran. Ähm. Guck mal der kostet nur Bretter und Stein. Der kann da rein. Rein da. Noch ein. Äh. So daneben. Ich mache einfach direkt noch einen da rein. Bretter und Stein. Bretter und Stein. Was ist denn der Unterschied? Holzturm. Turm. Rein. Bauen. Oh nein. Das ist mies Gecko. Das ist ganz mies. Boah. Ich bin froh dass es bei mir nicht ist. Aber für dich ist es natürlich echt kacke. Schade man. Aber weißt du woran das liegt? Das ist so ein Gebäude baust. Ich mache mal. Warte mal. Erstmal kurz gucken wir in der Hopfenfarm. Die braucht noch oder? Ja die braucht noch. Wof warten wir denn? Steine. Ja gut ich habe jetzt ganz viel anderes Zeug gebaut. Na ich mache mal drei Rekruten hier rein. Dann kann ich immer diese Militärsachen machen. So. Versammle meine Truppen. Soldat. 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 Rekruten. Und jetzt. Wieso habe ich hier denn nur einen? Ah hier sind meine Soldaten. Die hatten keine Waffen. Ups. Stärke zwei. Ungeübt. Ach der ist gestorben. Meisterwerk des mechanischen Sprengbrunnens. Euer Handelsgeschick hat einige eure Dorfbewohner inspiriert und sie möchten zu Ehren dieses Ereignisses ein Meisterwerk des mechanischen Sprengbrunnens bauen. Aha. Der ist also eben gestorben der Arme. Ups. Ja jetzt habe ich hier die Soldaten. Truppen bereit machen. Durchschnittlich. Komm abwart. Das schafft ihr. Aha. So was kann ich jetzt hier bauen? Ein Meisterwerk. Das baue ich doch hier direkt mitten in den Bums. Das kommt direkt in die Mitte meines Dorfes. 40 Glas. Das habe ich alles nicht. Ich habe noch kein Glas. Krass. Ach krass, dass der das nicht mitgemacht hat. Gekko. Hätte ich schon gedacht, dass er es schafft. An die Ryzen 9. Komisch, aber echt schade man. Echt doof. Ich habe kein Glas. Wie soll ich das bauen? Das muss warten. Kann ich das löschen? Löschen erstmal. Das kann ich erst noch nicht machen. Ich habe hier jetzt schon wieder so viel Gold. Ich glaube, ich kaufe mal ein bisschen mehr von den Werkzeugen ein. Das ist schon wieder zwei arbeitslose Hopfenfarmen. Immer noch nicht fertig. Was macht ihr denn mit dem Stein die ganze Zeit? Oh, das ist echt mies. Das ist echt mies. Vor allen Dingen, du kaufst das für 20 Euro. Wenn es umsonst wäre, wäre etwas anderes. Dann haust du das wieder raus und Arschlecken. Du hast halt Pech gehabt. Aber wenn du schon Geld dafür zahlst, dann ist es echt mies. Muss ich echt sagen. Ich hoffe, du kriegst ja dein Geld zurück. Das wäre sonst echt asozial. Wieso habe ich eigentlich nur so wenig Fisch mit zwei Fischerleuten? Ja, aber so wie ich das verstanden habe, ist das Game ja auch immer noch in der Alpha-Phase. Weil die da noch nicht komplett fertig sind, oder? Also das Spiel ist offiziell noch in Alpha. Aber trotzdem mies. Also sowas muss schon laufen auf allen PCs, wenn du es fürs PC rausbringst. Ja. Ja. Ähm. Ja, ich brauche neue Gebäude. Hopfen fahren, beeil dich mal. Warte mal auf Baumeister. Was machen die denn die ganze Zeit? Was machen die denn die ganze Zeit? Boah, was ist das denn hier für... Also hier geht es jetzt schon gut ab mit den Gebäuden. Sieht gut aus. Holzfäller sind wieder drei drin. Ja. Ja, ist echt hart. Das ist echt fies. Okay, mit Cyberpunk würde ich das jetzt vielleicht nicht vergleichen, was da alles abging. Aber an deinem PC kann es auf jeden Fall nicht liegen. Also das ist irgendein Problem von der Software, von dem Spiel. Einige noch, die gefördert werden müssen. Schatzkammer, hier ist nix. Schatzkammer bitte. Jogi. Danke dir. Willkommen. Freut mich. Danke für den Follow. Und viel Spaß beim Stream. Militärmission. Habe ich es geschafft? Oder sind sie alle wieder gestorben? Wo sind meine Truppen? Drei Soldaten. Ich habe immer noch drei Soldaten. Guck mal, da packe ich nochmal zwei rein. Da kann ich es jetzt. Einmal Rallye. Falls du noch da bist, erinnere mich mal, dass ich arbeitslos immer da rein packe. Ja, also bei 64 GB 313, als du es schon gesagt hast, AMD Ryzen 9. Das hätte auf jeden Fall reichen müssen. Ja, Jogi. Tag. Grüß dich. Militärmission. Oh ey, wie viel Gold ich habe. Abfahrt. Alle befördert. Militärmission. Ach guck mal, das läuft noch. Oder wie? Ich versammle meine Truppen. Sehr wohl. Welch eine Erleichterung. So, was ist jetzt hier? Liste der Schlachten. Ach, die sind auch in der Schlacht, oder was? Auf einer Mission. Ich habe jetzt zwei verfügbar. Ich kaufe mal Schwerter. Ich glaube, das lohnt sich. Verkauft mir jemand Schwerter. Nein. Der verkauft Schwerter, den habe ich. Der verkauft Schwerter. Sind teuer, aber ich kann sie kaufen. Ich weiß nicht, wo man sie lagert, aber ich kann sie kaufen. So, Schwerter. Kaufen. Ich würde sagen, immer fünf auf Lager, damit ich immer fünf Truppen habe. Abfahrt. Wir sind siegreich, aber. Mein Herr, eure Truppen waren sehr nützlich in der Fede mit unseren bösen Nachbarn. Allerdings scheint die Angelegenheit keineswegs vorüber und wir brauchen immer noch eure Unterstützung. Ja, ich habe ja zum Glück gerade nochmal zwei Truppen erstellt. Und die kann ich dann auch entsenden. Ja. Äh. Zwei. Ist das denn die gleiche Schlacht, oder wie ist das? Ach guck mal, ich kann die auch nennen. My Village. Sweet Village. Das ist Sweet Dorf. Zack. Und ich bin? Heer. Sweet Blue dürft ihr mich mal nennen. So, aber ist das jetzt der gleiche Krieg? Jo, danke Amarelli. Eure Soldaten sind im Ausland. Hm. Ich habe nochmal vier. Alle rein da. Habe ich auch Dingsbums? Ähm. Ähm. Waffen schon gekauft? Wemöglich Ausbildung und Heilung. Brauche ich. Bauen. Nein. Nein, meine Hopfenfahren ist einfach immer noch nicht fertig. Was ist denn hier das Problem, Leute? Wo sind meine Truppen? Hier konnte ich die sehen, ne? Soldaten. Habe ich schon Waffen? Nee. Nur keine Waffen. Missionen verfügbar in Bearbeitung. Mittel einfach. Würden denn da zwei reichen? Niedrig. Die haben halt keine Waffen, aber ich kann die trotzdem senden. Truppen entsenden. Abwart. Ich glaube bei dem einen, der noch läuft, kann ich keine neuen hinschicken. Der braucht die nur noch länger. So wird es nämlich. Oh, das hier geht ganz schön runter. Komfort. Boah. Im Gottesdienst müsste ich genug Platz haben. Wir bauen gerade noch. 55 haben wir. Wir haben 56, Leute. Ähm. Dann bauen wir noch was. Bauen wir noch was. Bauen wir noch mal so ein fettes Ding da rein. Das kostet Werkzeuge. Ich habe 30. Hier plus 10. Abfahrt. Bauen. Ja, die bauen jetzt. Das geht hier gerade so runter mit der Zufriedenheit glaube ich. Weil die alle gerade ihr Haus umbauen müssen. Alle. Weil schön genug sollte es hier eigentlich sein. Komm, hier ist alles super grün. Grün. Grün und saftig. Saftig knaftig. Willst du? Beeren. Hab keine Beeren. Ich behalte alles für mich. Was brauche ich denn? Königreich. So, Beeren. Aufhören Beeren zu verkaufen. Beeren. Stopp. Brot. Oh, wie wenig ich habe. Das sehe ich ja jetzt erst. Ähm. Also jetzt kriegen wir langsam ein Essensproblem. Okay. Da würde ich sagen. Ich baue noch einen Fischer auf jeden Fall. Baue noch einen Fischer. Zack. Baum. Ich habe so viel Gold. Das ist unglaublich. Wir kaufen jetzt hier erstmal noch ein Gebiet. Da ist Erz. Das hätte ich gern. Ach, das gehört mir schon. Dann kann ich da ja hin. Das mache ich. So, dann kann ich hier nämlich gleich abbauen. Leute, jetzt wird es nämlich langsam kompliziert. Nur zwei Soldaten rein. Gut, dass du wieder da bist. Die Hopfenform ist immer noch nicht gebaut, weil ich auf den Baumeister warte. Hey, meine Zufriedenheit geht so runter. Baut doch mal schneller. Ich glaube, ich baue nochmal so ein Bauding. Ich baue noch eine Bauhütte. Das geht mir alles so langsam hier. Bauhütte, direkt daneben. Da habe ich zwei Bauhütten. Die ist auch instant da. Ich habe gerade keine Leute. Mist. Ey, jetzt wird es langsam kompliziert. Jetzt wird es langsam kompliziert. Ich habe die Beeren. Noch nicht. So müssen die Beeren sein. 25. Komm, gib mir noch ein paar Beeren. Da ist ein Sammler zu wenig. Hier brauche ich nochmal eine Fischerhütte. Habe ich schon Waffen gekauft. Zwei Bewohner. Sehr gut. Sammler rein. Und da gleich ein Fischer rein. Es fehlen Materialien für den Bau. Was? Was? Wo? Ach, das Ding. Ja, ich weiß. Da fehlt mir was. Das weiß ich wohl. Kackteil. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Skulptur. Ah, guck mal. Geht langsam wieder ein bisschen hoch. Mit der Zufriedenheit. Noch ein Baumeister. So. Schatzkammer, Schatzkammer. 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 Ne, das ist nicht. Bäumchen. Bauen. Baum. Bauen. Und ein Wegweiser ist auch gut. Bauen. Jetzt müssen wir uns mal langsam ums Essen kümmern, weil das wird langsam knapp. So, du darfst dir wieder Beeren verkaufen. Mehl fehlt. Der hat auch kein Mehl. Könnte sein, dass das Feld zu klein ist. Aber ich möchte es mal ein bisschen größer, ne? Ah, hier ist halt nicht fruchtbar. Und die Hopfenfarm brauche ich da. Ey, diese scheiß Bäume müssen hier weg. Förster, du musst weg. Du musst jetzt mal aufhören zu forsten. Du machst mal Päuschen. Produktion angehalten. Die ganzen Bäume müssen weg. Ja, die ganzen Häuser müssen, äh, die ganzen Bäume müssen weg. Ey, ich habe doch zwei Steinmetz, die kommen nicht hinterher. Furcht. Mineralfurcht. Ich habe schon wieder volles Geld. Wieder zwei Bewohner. Sehr gut. Sammler. Und Baumeister. Und dass hier mal voran geht. Wie lange das noch dauert hier. Habe ich mittlerweile Waffen gekauft? Wo sehe ich das? Was? Nein. Wieso? Wieso? Wieso kaufst du keine Waffen ein? Wieso kaufst du keine Waffen ein? Was brauche ich dafür irgendwas? Ich muss die irgendwo lagern bestimmt, ne? Wo werden denn Waffen gelagert? Hier. Blöcke habe ich eh nicht. Können da Schwerter rein. Da kannst du Schwerter kaufen. Ich habe ein Essenproblem. Und ich weiß nicht wie ich es jetzt auf kurz lösen soll. Ich werde gleich ein Essensproblem bekommen. Ich mache jetzt schnell Milchhof und Käserei. Milchhof. Bauen. Hier kriegt ihr jetzt ein bisschen mehr Erntefläche. Ist alles schön saftig knaftig grün. Ganz viel. Zack. Ja ja. Das ist, weil vorher hatte ich so viele Leibeigene. Und die hatten nur eine Nahrungsquelle. Oder zwei. Und die bürgerlichen, die brauchen zwei oder drei Nahrungsquellen. Und deswegen. Ey. Ich habe nur noch vier Brot. Ich muss kaufen. Bitte verkauft mir jemand Brot oder Beeren. Sofort aufhören. Sofort aufhören Fische zu verkaufen. Und aufhören Brot zu verkaufen. Das ist das nämlich. Ich verkaufe die auch noch. Und verkauft das jemand? Der verkauft Fisch. Der verkauft Beeren. Der verkauft Brot. Der verkauft Brot. So. Und ich muss bisschen Fisch auf 20 kaufen. Beeren auf 50. Und Brot auf 50 kaufen. Dass es mal da ist. Und was ich auch machen kann ist. Wo ist mein Brunnen? Hier. Ich baue hier unten nochmal einen Brunnen hin. Müssen nicht so weit laufen. Brunnen macht auch das Gebiet schöner. Abfahrt. Brunnen bauen. Hier bauen wir auch noch einen Brunnen. Für die Brauerei und den Bäcker. Ich weiß nicht ob das für den Bäcker wirklich kürzer ist. Ich baue es mal hier hin. So. Wie sieht es mit Essen aus? 20, 30, 5. Fischerhütte schon gebaut? Nein. Immer noch nicht. Ich brauche noch einen Baumeister hier. Noch einen Bock der Baumeister. Ganz kurz gucken. Wagen wegen. Brauer. Rein. Hopfen. Rein. Hopfen. Einzeichnen. So. Und euch nehme ich ein bisschen was weg. Das hier. Das hier nehme ich euch hier weg. Und dafür kommt ihr hier hin. So. Und können die Holzfäller hier mal bitte das ganze Holz weg machen. Alles weg. Holz weg. Falls ich da später abbaue. Oben ist auch noch Holz. Komm weg. Hier ist noch Holz. Und hier ist noch Holz. Ist weg. Weg blockiert. Weg blockiert. Ja wieso blockierst du dir den Weg hier? Was soll ich da jetzt tun? 61 Leute. Gottesdienst können. 65. Ich baue nochmal auf Vorrat eins rein. Abfahrt. Und ich muss noch mehr Gold lagern können. Unglaublich. Was ist das denn hier alles? Glas aus Gold. Krass. Vier neue Bewohner. Alle wollen hier wohnen bei mir. Alle wollen sie hier wohnen. Baum. So. Hopfen sieht gut aus. Die Brauerei. Brauchen die Hopfen, Wasser und Weizen. Was mit diesen komischen. Ich habe auch eine Fassbinderei. Was kann die? Milchhof. Rein da. Verkür. Steinmetz. Wo habe ich denn die Käserei? Ich bin nicht hier auch gebaut irgendwo. Bauen. Hier kann ich schon mal einen Stand bauen für den Käse. Und das Bier kann ich wo verkaufen? Na Taverne. Ich habe doch hier irgendwo gesehen. Taverne. Wieso habe ich keine Taverne? Deswegen habe ich keine Taverne. Taverne. Ups. Jetzt kann ich eine Taverne bauen. Taverne. Die kommt natürlich in die Mitte von allem. Weil Bier ist immer gut. gut. Hier. Ustika, das Hauptgebäude. Zack. Und eine Tür. Klar. Bauen. Hütte. Hütte noch dran. ein bisschen größer machen. Ein bisschen größer machen. Die Steinhalle. 25 Werkzeuge, die brauche ich nicht. Steinhalle. Die machen wir nicht. da haben wir hier noch ein schönes Schildchen hin. Küche noch. Küche muss sein. Schweinchen. Und Schweinchen. Bauen. 4 Leute. Wo können die rein? Wo können die rein? Wo können die rein? Fischer. Ist endlich fertig. Noch ein Hauptverbauer. Markthändler. Wie sieht es mit Stein aus? Bergarbeiter. Let's go. Einwandlung hoch, hoch, hoch. Wohnfläche ist gut. Müssen wir die Wohnfläche gleich nochmal erhöhen. Dann kaufen wir nämlich einfach das Ding hier. Zack. Bäume alle weg. Ey man braucht echt keinen Förster. Man kann einfach wieder neue Gebiete kaufen und dann alles weghacken lassen. Also der Förster ist echt unnötig. Ja danke. Ich habe gerade extra was gekauft. Also mit Gold da passe ich jetzt immer schön auf. Gut. Ey das mit den Soldaten dauert echt lang. Habe ich mittlerweile Waffen gekauft? Ja. Ich hätte jetzt Waffen. Ich muss hier doch hier schon irgendwie ausrüsten können oder? Ne. Ja. Ich habe hier im Herrenhaus noch mal was gebaut. Schon fertig? Ja schon fertig. Dann kann ich nochmal Schatzkammer. Nummer 150 mehr. Pfff. So. Jetzt kann ich dann hier noch bauen was mir was bringt. Das. Und da. So. 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 So, Militärmission. Nein! Ah, okay, hier kann ich es machen. Ich dachte schon, Alter, ist die kaputt. Soldaten. Du kriegst ein Schwert, du kriegst ein Schwert. Hey, irgendwo ist ein Weg blockiert. Konnte Dorfzentrum nicht erreichen. Hä? Ja, jetzt habe ich hier zwei Stück noch. Die sind schon teilweise ausgebildet. Vielleicht sind die gut. Ich habe nochmal zwei. Die gehen hier rein. Zack, zack. Dann werde ich direkt ausrüsten. Zack, zack. Total ungehübt, egal. Und Abfahrt. Truppen bereit machen. Hoch. Erfolgswahrscheinlichkeit hoch. Entsenden. Ich habe zehn Soldaten, Alter. Vogt. Du. Was brauche ich denn? Das ist Einfluss, oder? Ja, Arbeiterschaft, Einfluss. Abfahrt. Ich habe ein neues Vorkommen gefunden. Sehr gut. So, Taverne steht noch nicht. Okay. Hat der schon gebaut hier? Er hat schon zehn von fünfzig. Ich baue den mal. Er hat den hier. Das muss reichen. Das muss reichen. Essen sieht gut aus. Hier geht es auch wieder hoch. 68 für Völkerung. Wir haben 75. Mache ich nochmal einen auf Vorrat hier direkt rein. Zack, bauen. Ich baue noch einen Fischer. Obwohl, ich kann auch jetzt so eine Jagdhütte machen, habe ich gesehen. Von vorne, Käserei. Ach, meine Käserei. Ich habe keine Leute. Ich habe 50 Milch. Ich habe ja auch noch keinen Käse gemacht, weil ich keine Leute habe. Komm, ich brauche neue Leute. Bitte daran erinnern, der muss in die Käserei. Ich habe keinen Stein. Also jetzt sieht es gut aus mit Stein und Steinblöcken. So ist gut. Stein brauche ich dann auch nicht mehr einlagern. Dann können da noch mehr Bretter rein. Ja, können da noch mehr Bretter rein. Super. Kleidung, Schwert, Bretter, Bretter. Ich habe so viele Bretter. Zum Einlagern brauche ich da gar nicht. Was kann ich dann noch hier einlagern? Nichts, ne? Was ist das hier? Wolle. Wolle? Ich lasse das so. Nein, Holz. Holz muss ich einlagern. Klar, damit die fällen. Die müssen mehr fällen. Fällt mal alles. So, was ist das hier? Eisen vorkommen. Soll ich mit der Eisenmine schon anfangen? Ich habe eh keine Bauern. Ich habe keine Leute. Vier Bewohner. Abfahrt. Käserei haben wir gesagt. Zack. Der Käse wird auch schon verkauft hier. Käse. Schönes Dach. Noch irgendwo, wo was fehlt. Ein Koch in der Küche. Klar. Was, was, was? Steinbruch rein. So, Bier lüppt. Der muss Weizen haben. Habe ich keinen Weizen? Ich habe keinen Weizen. Aber das kommt. Das kommt wieder. Weizen kommt gleich wieder. Nur kurz ein bisschen warten. So. Sieht doch gut aus. Ist gleich fertig. Jetzt können wir nochmal gucken. Wegen dieser scheiß Skulptur. Oh, Beförderungen. Was will der Luxus? Ich kann auch keinen Luxus machen. Dafür muss ich erst was mit dem Eisen machen. Das Wohngebiet wird langsam schwierig. Da ich nicht mehr aufforste. Dann kann man es weg. Und dann kann ich hier schön um die Tavernier eigentlich noch. Hier noch Wohngebiet machen. Hier jetzt nicht. Weil da will ich auf jeden Fall noch. Märkte machen. Oder so wahrscheinlich. Und haben Herrenhaus dann noch. Wenn die ganzen scheiß Bäume mal weggehen. Null Bewohner. Was ist das denn? Wohnfläche. Habe ich doch gerade erhöht. Baut. Wohnfläche ohne Ende. Müssen es nur noch ein bisschen schöner machen hier alles. Und ein paar Bäumchen und so. Ei, wie geht das mit dieser scheiß Statue? Meisterwerk. Gut, ich weiß es mit sie mir. Auf wie geht das mit dieser Scheiß bauten. Ich komme jetzt mal. Oder ist das? Aber ich hoffe, ich muss jetzt mal aufhören. Schaumbach. Ich komme jetzt mal aufhören. Ich komme jetzt mal aufhören. Ich komme jetzt mal aufhören. wo ist das kack ding ich finde das nicht schmiede hier fassbinderei wofür brauche ich denn stellt fässer aus bretter eisen und ein werkzeug ja wofür brauche ich wofür brauche ich fässer auch keine fässer meine taverne steht ein koch ist drin besucher zahlen null von null weil da muss noch niemand hin das geht dann ab bürger los die haben käse wildschwein haben die nicht ja ich muss jetzt so ein wildschwein jäger typen besorgen ja fässer zum lagern dafür für was denn zum lagern auch königreich prunk wie krieg ich prunk ich bin doch noch auf mission ne die kann ich nicht machen ich brauche jetzt erstmal königlichen prunk kriege ich königlichen prunk damit ich diesen scheiß wildschwein typen machen kann das ist alles arbeiterschaft hier ist wahrscheinlich klerus ja ja also ich denke man dieser fassbinderei kann ich irgendwas mit dem bier machen ich weiß nicht ob der hier das brauche irgendwie für bier ich meine ich bause gleich aber ich habe eh kein ich habe ich habe eh kein eisen ich kann mir nicht vorstellen dass ich jetzt unbedingt eisen erstmal brauche für einen so einen scheiß fassbinderei vielleicht kann ich die irgendwie verkaufen oder so so machen wir nochmal ein paar räumchen wenn es hier schöner ist ein bote bittet um audience was willst du denn bären bären zum könig keine bären verkaufen bären aus dafür gibt es äh fisch kann ich das machen hä nur 20 bären rot und fisch fisch und käse bei den wahren fritzen gibt es kleidung da muss ich auch mal gucken was gibt es denn dann noch haushaltswaren das darum muss ich mich dann als nächstes kümmern das hat keine kleidung so hat er keine kleidung zum verkaufen schneiderei hat keinen stoff gesagt kein stoff hopfen 50 von 50 die fehlt weizen ich glaube ich mache noch eine weizen farm hier direkt daneben für den anderen auch hier Ey, wieso bauen die diese scheiß Häuser, äh, die scheiß, ach, die sind genau draußen, Lul. Ähm, mit dem Essen wird's langsam echt knapp, ey. Was hast du hier für ein Problem? Ich brauche Prunk, königlich Prunk, wo ist denn mein Vogt? Alles so ein bisschen Minus, das zieht einen voll runter. Schau, wenn es überall nur so ein, zwei Prozent sind, ist echt fies. Beeren, Abfahrt, da ist wieder Beeren verkaufen. Beeren, Käse, Fisch, Brot. Brot doppelt eingelagert, da kann Käse rein. Boah, das Gefühl, mein Dorf ist schon zu groß für das, was ich hier mache. Ja, hier ist ein Weg blockiert, das ist echt fies. Das ist echt dumm, habe ich hier gegenseitig zugebaut. 2 gest Appen 5 flavorsos 6 6 7 7 8 7 Ja, die sind echt nicht klug. Was wenn ihr die mal was alleine machen lässt? So, Erntefeld. Ich verstehe das mit den Soldaten irgendwie noch nicht so ganz. Da kriege ich königlichen Prunk. Noch ein Hauptgebäude bauen. Plus vier. Noch ein Holzdach. Plus fünf. Banner. 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 Ey Banner baue ich so viele. 250 Stoff. Abfahrt. Und dann kaufe ich ein bisschen Stoff. Wenn ich immer 10 habe, kaufe ich 10. Hier ist echt der Weg blockiert. Weiß auch nicht was ich da tun soll. Das kann ich ja mal abreißen. Das hier mit dieser Dekoration ist ein bisschen nervig muss ich sagen. Vor allem wenn das später noch krasser wird, dass sie ja noch eins höher wollen. Weiß ja nicht wie viel ich hier an Dekorationen hinballern muss. 30 Käse kein Wildschwein. Aber da ist gar nichts mit Bier. Hier ist nichts mit Bier. Küche habe ich ja. Aus Wildschwein und Käse. Gut. Ja denke ich auch, dass man in der Tabiane Bier verkaufen kann. Würde ja sonst keinen Sinn machen. Der stand ja in der Tabiane. So. Jetzt. Wenn die das hier gebaut haben. kann ich endlich die Wildschweine machen. Jagdhütte. Waffenschmiede. 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 Ja, Kleidung wird langsam knapp. Kriege ich das denn erhöht? Schäfer. Ich mache noch einen Schäfer. Ich mache noch einen Schäfer. Oder wo ist denn der Flaschenhals? Schneiderei fehlt Stoff. Wo ist der Kackweber? Der ist voll mit Stoff. Und der holt sich keinen Stoff. Der Schneider ist das Problem. Ich mache noch einen Schneider. Ich mache noch einen Schäfer. Wir wollen da immer lang. Sonst geht da nicht lang. Konnte Dorfzentrum nicht erreichen. Entweder ist die einfach blöd oder ich weiß auch nicht. Wieso will die immer hier durch? Oh, ich sehe gerade, ich habe nur wenig Holz. Holz. Was macht ihr da? Hier ist noch Holz. Gut, die müssen weit laufen. Die müssen schon weit laufen. Dann baue ich mal das Gebiet hier. Abbauen. Das hier. Alles abbauen. Mineralvorkommen wurde entdeckt. Das grüne. Was mir ein bisschen fehlt, ist ein Minimap. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Ah, hier. Schneiderei gebaut. Ich habe sogar einen Arbeiter rein da. Wie lange brauchst du hier noch, Mädel? Odillret. Das Lager ist ganz schön leer. Aber immer noch so viele Bretter. Unglaublich. Guck mal, jetzt trainieren die hier. Soldat Level 1. Alle Level 1. Ach, kann ich hier noch was auswählen? Nee. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das auswählen kann. Kann ich das hier irgendwo auswählen? Armee? Ach, hier ist das mit Armee. Ups. Soldat. Verwundet. Wie kann ich dich retten? Wie heilt der sich? Hier dran, oder? Ausbildung und Heilung. Ich baue nochmal eine. Heil dich. So. Dem kann ich eine Waffe geben. Dem. Können die alle schnell mit Waffe trainieren. Ungeübt. Der ist auf einer Mission. Ich habe einige verfügbar hier. Nee, Krankenhaus kann ich bislang nicht bauen. Vielleicht später noch. Was gibt es hier noch? Kerze. Werkstatt. Für Haushaltswaren. Das brauche ich safe, wenn ich Bürger mache. Das auch. Und Goldschmelze. Die Sachen brauche ich ganz dringend als nächstes. Ähm. So. Jetzt machen wir die Jagdhütte. Das und das und das. Kirche kann ich bauen. Alter. Erstmal. Ich werde eurer bitte nachkommen. Kirche wird gebaut. Erstmal die Jagdhütte. Hier. Jagd die Schafe. Da brauche ich am besten direkt zwei. Damit ich da bloß keine Probleme habe. Ich habe auch vier Arbeitslose. Das passt. Jagdgebiet. Äh. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht wo du jagen willst. Ich sehe hier keine. Hä? Wo soll ich das wissen wo du jagen willst? Ja. Also. Also. Ich denke mal hier dieses Püppchen. Ist dafür da. Dass du daran heilst. Das steht. Daran können die trainieren. Und. Ähm. Daran heilen die sich. Ja. Ich weiß nicht wo der jagen soll. Jagt der Schafe? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Jag mal hier. Oder jagt der in Bäumen? Ich muss das mal glaube ich lesen. Jagd. Hm. Hm. Jäger. Hm. Hm. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Jetzt baue ich die Kirche. Kirche. So. Wir haben hier unsere Dorfkirche. Wir wollen ja hier hinter größer machen. Dann würde ich sagen machen wir die hier hinter. Hauptgebäude. Die deckt auch fast alles ab. Zack. Eine Tür. Logisch. Großer Turm. Aber das kostet bestimmt alles so viel. Das meine ich. Wir bauen erstmal so die Kirche. Noch ein Glockenturm. Wo ist der Glockenturm? Oh. Das ist cool. Auch cool. Kein Glas. Ja wo ist der Glockenturm? Was ist hier der Glockenturm? Das hier? Glockenturm. Das bauen wir. Abfahrt. Vogt. So. Was brauche ich denn hier? Ich brauche erstmal nix. Dann kann ich nochmal hier auf Erkundung gehen. Dann bin ich schon wieder voll mit der Kohle. Jäger produziert Wildschwein. Das ist ja kein Zugriff auf Waren. Ja es wird hier langsam ein bisschen voll. Ich weiß. Wir sind 85. Ich muss hier schon wieder was reinbauen. Mit Brettern. 25. Boah. Ich muss glaube ich die Arbeitslose alle hier reinballern und die sterben lassen oder so. ich weiß es nicht. Wird langsam ein bisschen voll hier. Ich glaube auch fast ich brauche schon wieder eine Bauhütte. Waffenschmiede. Ich habe ja noch nicht mal Eisen und Kohle und so gemacht. Ich komme da nicht zu. Ich habe zu viele Leute und mein Gold ist schon da voll. Militärmission. Jetzt geht es ab. Ich habe richtig Soldaten. Ich packe sogar noch ein paar rein. Alle. Abfahrt. Ich kriege eh neue. Kriegen auch alle noch eine Waffe. Missionen. Truppen bereit machen. Hoch geht extrem. Geht noch mehr als extrem. Ne. Oh der ist verwundert. Der ist auch verwundert. Den schicke ich nicht. Ich schicke erstmal nur die Ausgebildeten. Teilweise ausgebildet. Teilweise ausgebildet. Teilweise. ники. Ungeübt. 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 Und dann kaufe ich das hier noch. Wie läuft das hier mit dem Jagen? Läuft das überhaupt? Keine Ressourcen vorhanden. Ja scheiße, das habe ich mir schon gedacht. Wo sind denn die Ressourcen dafür? Ja. 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 Ich weiß auch nicht, wo es Wildschweine gibt. Ich sehe hier keine Wildschweine. Ja. 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 Nee. Vom Jungs darf der überall jagen. Ja. 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 Kein Stoff. Jetzt habe ich zwei Schneider und keinen Stoff mehr, oder wie? Weberei Funktioniert gut Er hat ein Schwein Ey, das artet übel in der Straße Aber ich bin auch auf mal 2 Ich könnte auch auf mal 1 gehen Dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe Ja, das Schlimme ist Es wird so groß und so unübersichtlich Du hast dann irgendwann so viele Ressourcen Und weißt gar nicht mehr, worauf du achten musst Und dann läufst du von einem Feuer Zum nächsten Feuer Aber guck mal, ich habe jetzt hier Wildschweine Funktioniert gut Ich baue jetzt den Förster da oben Und dann baue ich hier hinten Walten Nur für das Jagdgebiet Ist zwar am Arsch der Welt, ist mir aber scheißegal Glaube ich Ich glaube, das ist mir egal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ey, dass wir diesen Weg blockiert, geht mir so auf die Nüsse. Warenmangel. Ja, ich weiß. Ich habe schon wieder zwei Bewohner. Ich weiß nicht, wohin damit. Es dauert auch alles mit dem Bauern hier so lang. Militärmission schon wieder. Ich habe schon 18 Soldaten. Ah, nee. Schwert. Ungeübt, ungeübt, ungeübt. Extrem Abfahrt. Ich hoffe, dass das richtig gut Ressourcen bringt, was ich hier mache. Weil sonst ist er richtig mies. Und wenn die hier sterben, ist auch gut. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Da laufen sie. Gerade ins Dorf gekommen, denken, hier kann ich leben. Und direkt ab auf eine Auslandsmission. Da laufen sie alle. Die haben richtig Bock. Tschö. Tschö. 90 Leute habe ich. Kirche kann 110. Alles gut. Was mit meiner neuen Kirche? Wo ist sie? Da. Das dauert noch. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt an mit Eisen. Weil Essen läuft. Kleidung läuft. Ja, nicht so gut. Ich überlege halt, ob ich jetzt nochmal eine, eine. Ich glaube, ich muss fast noch eine machen. Ach, was mit meiner Taverne? Die müsste ja jetzt auch laufen. Ich habe noch kein Wildschwein. Ah, die hat schon zwei Mahlzeiten. Lagerplatz voll? Steinblöcke sind voll. Lager die doch ein. Schürt, Bretter, Holz. Wir sind siegreich, aber weiter Bretter, Holz. Ja, Holz brauche ich nicht zweimal. Dann mache ich hier Steinblöcke rein. Ist der Forster fertig? Ne, der baut noch. Warten auf Baumeister. Ich habe sechs Baumeister. Was machen die den ganzen Tag? 22 Soldaten. Was ist das Problem? Ja, Warenmangel. Ich muss noch eine Schäferei machen und eine Weberei. Hilft nix. Hilft alles nix. Noch eine Schäferei hier rein. Klatschen. Nicht so nah an den Wohnhäusern. Ich habe mir das selber hier zugebaut. Ich habe gedacht, das reicht hier für die Produktion. Noch eine Schäferei. Und eine Weberei. Kann mir mal jemand erklären, was die Baumeister die ganze Zeit machen? Laufende Konstruktion. Die Schiff, die Fischerei dauert schon ewig. Die Kirche dauert ewig. Was hier? Für ein Wohnhaus brauchen die einen Baumeister? Asozial. Das Ding. Und das, was ich gerade gemacht habe. Okay. Ja, Warenmangel. Ich kümmere mich drum. Ja, ja. Viel Spaß. Viel Spaß auf der Couch. Dann sehen wir uns morgen, übermorgen. Schön, dass du da warst. Bis dann. gab es mal. Also, es ist mir geübt. Ich habe jetzt mal ein, bin mal ein, bin mal ein. Nein, ja. Ich wünsche mir mal ein, bin mal ein. Ich wünsche mir mal ein, bin mal ein. Okay. Und das ist mir klar. Ich bin mal ein. Alles klar. Okay. Land. Zwei neue Bewohner, die kommen gleich hier rein. Na gut, ich baue auch viel mit Stoff, stimmt. Ja, das ist Eisen und Eisen. Fangen wir mal an, was brauche ich hier? Eine Eisenmine, ist klar. Ein Kran. Bauen. Fisch? Boah, Fisch ist schwierig. Fisch ist schwierig. Bitte keinen Fisch mehr verkaufen. Eure Soldaten wurden besiegt. Verwundert, verwundert, verwundert. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Alles misserfolgt, deswegen. Okay. Ja, Fisch, Fisch, Fisch. Ey, das baut hier schon seit 30.000 Jahren. So, meine Soldaten waren siegreich. Was hat mir das gebracht? Ich verstehe das nicht. Fisch, habe ich da jetzt genug? Fisch? 15. Komm, gib mir noch ein bisschen Fisch. Ja, kommt gleich mit Waren. Oh, der ist endlich fertig. Gott sei Dank. Zwei Bewohner. Fischerhütte gebaut. Fischereien. Ich baue mir hier so ein ganzes Fisch-Imperium und einen Speicher hier hin. Ich glaube, das ist gut. Fischerhütte. Hey, wo ist der doofe Speicher? Speicher. Und ganz viele Fischer. Einen Speicher bauen. Und ganz viele Fischer. Dann habe ich nämlich schon mal Fisch ohne Ende. Ein Männelsänger? Kannst du. Ich habe schon wieder so viel Gold. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich wohne. Ah, 470, 17 Brote, drei Eisen, zwei Steinblöcke und eins. Okay, verstehe ich. Bautkirche abgeschlossen. Okay, das lohnt sich ja dann richtig. Hier baue ich gleich ein bisschen was für Beeren hin. Und hier auch. Damit ich Essen habe. Fische fertig? Ey, immer noch nicht. Könnt ihr euch mal jetzt ein bisschen mit Fischen beeilen? Keine Ressourcen vorhanden? Wo? Ach ja, die sind wieder leer. Okay. Abbauen. Dürft ihr hier auch abbauen? Und hier dürft ihr später auch abbauen? Jut. Oh, ich dachte gerade schon, die ganzen Bäume wären weg. Nee, nee, die sind noch da. Ist er fertig? Nee. Wir machen jetzt erstmal den Plan mit den ganzen Fischern. Ja. Untertitelung. BR 2018 Fisch fertig und unser Fisch hier wieder verkaufen. Schäferei. Schäferei. Verscharfe. Ist drin. Eisenmine. Das kommt alles. Träger brauche ich nicht. Träger brauche ich nicht. Läuft. Drei Arbeitslose. Ich glaube Soldaten brauche ich. Ich glaube Soldaten brauche ich erstmal nicht mehr. Meine Kirche ist fertig. Da passen nochmal 20 Leute rein. Ich kann noch was reinbauen. Stein und Bretter habe ich. Stein, Stein, Bretter. Wie sieht es jetzt hier mit Stoff aus? Gut. Was mit dem Bier? 50,55. Das kann ich auch nicht einlagern, oder? In einem Speicher. Doch. Wenn da der Bücher die Brauerei ist, macht das vielleicht dahin sogar mehr Sinn. Wir machen hier Käse rein. Und wenn der fertig ist hier mit dem Speicher, machen wir da Bier rein. So. Folt. Folt. Amen. Hier aufforsten, habe ich ja gesagt. Hier forste ich alles auf, nur für die scheiß Jagd. Mal bitte aufforsten, bis hier runter. Ach, ich kann nicht aufforsten, wo Jagdgebiet ist, oder wie? Doch. Oder wo sowieso schon Bäume sind. Wieso kann ich hier nicht aufforsten? Ist das nicht mein Gebiet? Hä? Weil das Jagdgebiet ist, sehe ich das nicht? Ich kann nicht aufforsten und gleich sich Jagdgebiet machen, oder wie? So, bitte. Das kann ich mir eigentlich sparen hier. Und jetzt, Jagdgebiet kann ich hier jetzt nicht hin machen. Ach, das macht das dann weg. Dann mache ich Jagdgebiet dahin, wo sowieso schon Bäume sind, ne? Ja. Ja. Zack, dann geht das ja. Das ist ein Meisterwerk. Und jetzt, auch. Das ist ein Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk. die jungen erfüllt ist muss ich mir bestimmt das buch ach so große alle habe ich ja hier becken was ist das becken bauen keine ahnung mach ich mal so läuft doch mein gold ist auch schon wieder fast voll das kann ich mit dem gold am besten machen noch mehr gebiete kaufen ich brauche ja nicht noch mehr bringt das was wenn ich das wassergebiet kaufe was kann ich hier dann machen ich warte mal noch kurz noch mal plus ein bewohner ich muss mal gucken schon irgendwelche gebäude berger weiter rein eisemin ist fertig träger brauche ich nicht hier brauche ich gleich einen ja hier kommt gar nichts mehr rein das geht sofort weg das ist ja einfach sind nur zwei gebäude das ist ja easy gemacht das ist ja echt easy gemacht milchhof bauen und nochmal eine käserei bauen ein boten hat sich auf dem dorf speicher speicher fertig dann kann hier nämlich bier rein und fischiger fisch ich hoffe fisch wird ausrasten wenn ich hier nur fischer dinge hin mache ja wildschwein ist echt schwach gut so aber das der eisen läuft jetzt hier oder wie das willst du bären machen wir nochmal arbeiterschaft so bitte kurz bären aufhören zu verkaufen bären stopp so und bären wieder rein ich habe echt ein ich habe echt ein essensproblem und ich habe so viel kohle ich könnte einfach essen kaufen boah ich kann das doch selber ne ne brauche ich nicht ich höre jetzt auf mit kaufen und verkaufen ich habe eigentlich alles selber das für risiko stoff brauche ich auch nicht mehr bretter höre ich auf zu verkaufen brauche ich selber steinblöcke verkaufe ich nicht mehr werkzeuge brauche ich noch und dann würde ich sagen was könnte ich denn gut gebrauchen mittlerweile 25 mahlzeiten ich habe keine ahnung ob das viel ist aber noch kein bier drin der hat noch nichts gebracht aber der hat 50 bier ach ich habe ich noch keinen träger ach ich habe noch keinen träger deswegen ich mache hier mal zwei träger rein weil es weit weg ist hier mache ich auch noch mal einen träger rein so hoffe mal dass die ganzen fischer jetzt hier fertig werden habe ich irgendwas gerade fischer 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 käse und milch ok ja läuft doch und eisen wie viel eisen habe ich schon schon 20 so jetzt muss ich das verarbeiten das mache ich auch direkt hier wer macht denn einen bürger da mache ich gleich einen bürger so und dann brauche ich das kohleding noch was das denn eine waffenschmiede fassbinderei schmiede kohle und eisen da muss ich erstmal eisen herstellen erstmal brauche ich eine kohlerei und die brauche holz und holz habe ich hier unten die holzfälle kohlerei so kohlerei auch kohlerei so kohlerei Warte, warte, nee, nee, das machen wir anders. Ich habe da nach unten Platz. Machen wir das hier so hin. Das hier ein bisschen weg. Dann kann ich da ein bisschen bauen. Mach sie hier rum. So. Dann kann ich da drüber das Kohleding bauen. Zack, bauen. Kohleding brauche ich. Eisen aus Kohle und Eisenerz. Eisenerz da oben, Kohle da. Mach ich genau in die Mitte. Dann kann er von beiden Seiten sich das holen. Dann habe ich Werkzeuge. Fassbinderei aus Bretter, Eisen und Werkzeug. Schwierig. Waffenschmiede. Ich habe jetzt Eisen. Waffenschmiede brauche ich auch nicht unbedingt. Ich kaufe Waffen. Was denn mit Schmuck? Da brauche ich Burger. Haushaltswaren. Werkzeug, Bretter, Eisen. Das brauche ich. 10 Bürger brauche ich dafür. Dann mache ich mir jetzt hier ein Lager hin. ein Lagerhaus für Eisen, Kohlerei und so einen Scheiß. Militärmission. Militärmission. Na klar. Kriegst du. Meine Soldaten. Wieso sind die alle verwundet? Ach du Kacke. Bereit machen. Du. 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 Abfahrt. Abfahrt. Haben wir gemacht. Beförderungen. Alle? Alle. So und jetzt brauche ich Burger. Erstmal einen. Zum Ausprobieren. Ein Burger. Wo ist er? Burger. Waren. Luxus. Luxus kann ich jetzt bauen. Was brauchst du denn? Für Luxus brauchst du. Luxus ist auch Taverne, oder? Luxus ist auch Taverne. Ich brauche nicht unbedingt diese Jübelierscheiße jetzt schon. Golderz. Habe ich auch noch gar nicht. Ne. Ne. Was kann ich hier Neues? Glashütte. Aus Quarz. Da ist Quarz. Das mache ich dann als nächstes. Mhm. So jetzt wollte ich mal in die Taverne gucken. Ich habe 30 von 50 Mahlzeiten. Besucher 0 von 0. Rein da. Rein da. Ob ich die Kühe züchten. Rein da. Zehn Fische. Okay. Mhm. 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 Ja. Wie kann ich meine Soldaten am besten heilen? Heilung und Ausbildung. Hm. Mhm. 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 Was brauche ich denn da? Brauche ich überhaupt was? Königreich. Wahrscheinlich wieder zwei Bewohner. Dann einer hier hin. Ist hier schon fertig? Nope. Stimmt, wie sieht es denn hier mit meiner Wohnlandschaft aus? Ich habe 100 Leute. Ich muss auch gleich nochmal Kirche gucken. Die Wohnlandschaft muss jetzt langsam nochmal vergrößert werden. Jetzt sind Bäume müssen da weg. Was machen denn meine Holzfäller? Die Jäger. Hier sind die Holzfäller. Ich glaube, ich baue nochmal einen Holzfäller. Ich glaube, ich bin da weg. Ich glaube, ich bin da weg. Ich glaube, ich bin hier. Ich komme hier. Ich glaube, es ist dien hier. wir brauchen ja nichts mehr abbauen ich war das kann alles weg gibt es auch nichts mehr zum abbauen hier oben können wir noch das wird alles aufgeforstet hier auch nichts abbauen hier noch alles abbauen wieder militärmission macht mich fertig wir haben noch genug zum abbauen müssen halt weit laufen ich mache hier oben also erstmal brauche ich meine kirche aus ich bin bei 110 da wird es langsam knapp bretter ja holz ich muss mich um holz kümmern so soldaten waren siegreich sehr gut so so wieder ein bewohner verfügbar verwundet aldi ich habe sie verwundet bis auf einer ist nicht gut kann ich leider nicht annehmen hier nächstes mal der forster macht gute arbeit was ist denn wenn ihr euch hier ne es bringt nichts hier ist ja gar nichts zum überhäuser müsst echt hier am arsch der welt müsst ihr wohnen ich muss hoffen dass wir schnell das ganze holz hier weg machen alles weg holz so also das hat ja nicht viel gebracht ja okay das boot ist ganz gut steinblöcke ist auch okay naja hat sich jetzt nicht so gelohnt ich habe übel viel stoff und so und das habe ich auch lagerhaus gebaut dann kommt hier rein eisen erz eisen ach wenn ich hier so bei produkte quarz für die quarzmine werkzeuge und kohle zwei träger rein abwart ach hier werkzeuge kann ich hier werkzeuge ja rausnehmen hier habe ich irgendwo noch ein lager hier können die werkzeuge raus aber wir können hier weiter tja leider kann hier nichts anderes rein aber gut stoff zack jetzt sind die werkzeuge einfach weg oder wie ach sie ach sie so brauche ich zwei neue leute da ist einer eisenherz eisenherz braucht er und kohle kohle dauert jetzt erstmal noch kohlerei ist aber gar nicht fertig kohle 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 das ist auch forsten ist war gut Ich habe immer noch keinen Käse. Ich habe schon zwei Käse rein. Fehlt Milch. Mönch, was willst du denn? Bretter. So, wir haben jetzt vier Stunden. Ich mache jetzt mal einen Cut, würde ich sagen. So, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.